Hey, ich bin Scheuch, herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt endlich mal Witching Hour, ein Spiel, zu dem wir schon die Demo gespielt haben. Und wie ihr seht, ich kann jetzt den Stehen aufnehmen. Ich bin total frei, zumindest im Rahmen meines Aufnahmezimmers soweit. Ich hoffe, die Kamera wackelt nicht zu sehr. Detox hat mich davor schon gewarnt. Liebe Grüße gehen raus an Detox, abonniert ihn gerne. Und ja, Witching Hour von den Machern von Harthon, ja, von dem Macher, es ist nur ein Macher, nämlich hier Vincent Late, ja. Und vielleicht, vielleicht, ich habe mich auch beworben bei diesem Spiel um eine Sprechrolle und habe ein, zwei Sätze eingesprochen. Ich habe allerdings leider nichts mehr gehört. Von daher weiß ich nicht, ob wir vielleicht, also ich, ob ich vielleicht drin bin oder nicht. Ähm, wir werden es sehen. Das Spiel geht ungefähr drei bis vier Stunden. Wir machen es als Einteiler, äh, denn ich möchte jetzt mal wieder mehr Einteiler hier auf dem Channel machen. Dafür gibt es dann vielleicht mal einen Tag länger nichts. Ähm, ja, das seht ihr aber dann. Neues Spiel. Bist du sicher? Ich bin sicher. Äh, ist so ein Puzzle-Horror-Game. Mit erkunden und so. Könnte ganz interessant werden. Geht natürlich um Hexerei und so. Ich habe keine der großen Sprechrollen. Das ist nur irgendein Hintergrundgrip, Ravel, wenn überhaupt. Also, mal gucken. Ich finde, die Musik erinnert so ein bisschen an Silent Hill, bitte. Aber ich glaube, das Spiel hat nicht viel damit zu tun. Ein Spiel von Vincent Leigh. Witching. Ich glaube, das heißt so viel wie Hexen... Hexenzeit? Hexenstunde? Geister... Geisterstunde nicht. Hexen... Wenn die Hexen rauskommen, ne? Und ihren Hexentanz machen. Okay. Hallo? Witching Hour hat fünf Enden, die du bekommst. Je nachdem, wie du dich während deiner Story, ja, enthalgierst. Wie du dich durch die Story enthalgierst. Fünf Enden. Kapitel 1. Mal sehen, welches wir erwischen werden. Hier ist es. Das Wetterby Haus. Unser neues Haus. Es sieht... ... ungefähr das gleiche, wie ich mich erinnere, als ich hier aufgewachsen bin. Okay. Oh, wir müssen wieder E drücken, um weiterzumachen. Ah, es ist so creepy. I don't normally say this, but I think Emma's right. Looks a little run down, Dad. Jerk. The tenant that I rented it to after your grandparents passed away left without giving any notice, so it's been without maintenance for a number of years. But it's nothing we can't fix with a bit of effort, girls. Why did we leave the city? Can we still go back? No more talk of the city. I told you this, Emma. This is our home now. We'll make it work. Come on. Let's start unpacking the truck. Okay, wir sind also ein, äh, Alleinerziehender... Wow. Oh, den Bug hatte ich schon mal. Controls können in den Settings eingestellt werden. Ich weiß nicht, warum wir das hier runterdrehen müssen auf keine Ahnung was. 0, irgendwas. Es wird immer schlimmer. Vielleicht schneller. Mein Gott. 10. Apply. Ich hätte Apply drücken müssen. Der ist noch schlimmer. Direkt am Anfang verkacken. So. Es ist wahnsinnig schnell. Ich stelle es einfach mal auf 0,1 und gucke, was... Ah ja. 0,1. Beste. So. Also, wir... Kurze Zusammenfassung des Intros. Der Vater hier ist mit uns zwei Töchtern, also mit mir und unserer Schwester, in das Haus seines Vaters gezogen. Das war er, also seiner Großeltern, also unserer Großeltern, das wir geerbt haben. Und, ähm... Jetzt ist er ein Rabe. Das Haus war auf jeden Fall vermietet, die Zeit, aber der Mieter hat sich wohl plötzlich nicht mehr gemeldet. Und warum auch immer sind wir jetzt aus der Stadt, ähm, hierhin gezogen. So. Was übrigens auffällig ist, man sieht selten Gesichter in diesem Spiel. Das ist mir schon in der Demo aufgefallen. Alle stehen immer mit dem Rücken. Emma. Hilf mir, diese Boxen durch. Willst du? Rose. Der alte Tenant hat sich ohne die Kürtesie der Telefonnummern verlassen, also... Ich glaube, wir finden die Kürze, die hier oben befinden. Können Sie einen Weg finden, um dieses Ort zu öffnen? Okay. Wenn er mich aus der Kürze, dann ist es sicher. Also, der Vermieter hat ihn noch nicht mal angerufen, äh, und gesagt, dass er quasi auszieht und deswegen hat er auch keinen Schlüssel und wir sollen jetzt rausfinden, wir sollen jetzt irgendwie das Haus aufkriegen. Und wenn wir dafür keine Kisten schleppen müssen, machen wir es gerne. This house has been dormant for a while. You'll need to get the electrical lines back on. Keep an eye out for a mechanical box once you're inside. Okay. I feel like a tradesman. Get used to manual labor, Rose. We're a farming family now. Okay. Wir sollen nach einem Kasten suchen, nach einem Stromkasten, um Strom anzustellen und... Get inside the house, ja. Find einen Weg ins Haus. Ich finde die Musik ein bisschen laut. Controls, Graphics, General. Ich kann die Musik nicht einstellen. Okay. Sehr schade. Wenn man die Vordertür einfach öffnen könnte, das wäre zu einfach, oder? Okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwie durch den Garten gehen können. Seltsamer Artstyle irgendwie. So ein bisschen gezeichnet. Was hier wohl angepflanzt wurde? Vielleicht Tomaten oder so. Irgendwas, was hochrangt. Hochwächst. Bohnen. Können wir hier hoch? Was haben wir hier? Ich glaube, es ist nicht technisch ein Break und Enter, wenn es dein Großvatern Platz ist. Right? Okay. Man bricht wahrscheinlich technisch nicht ein, wenn es eigentlich das Haus der Eltern ist. Okay. Mein Stuhl steht noch unter dem Tisch. Ich muss ihn weiter wegstellen. Dann dreht sich mal dagegen. Aha. The Weatherby House. Sehr schön. Ja, jetzt schon länger einer. Was ist denn das für ein Rohrsystem? Wir hatten das verlegt. Okay, irgendwie sollen wir den Strom anstellen und das Licht. Ja, mal gucken. Kann ich hier irgendwas durchsuchen? Ach so, eh. Und die Maus bewegen. Ich habe es schon fast vergessen. Let there be light. Okay. Stromkasten sollen wir suchen. Rein zoomen. Okay. Taschenlampe. Nicht. Stromkästen normalerweise im Keller. Das sieht doch gut aus. Abgeschlossen. Ach so. Könnte ein Besucherklo sein. Ein Besucherklo. Ich dachte, da geht es... In den Keller. Er hat sogar seine Möbel da gelassen, der Mieter. So schnell musste er weg. Gut, jetzt bin ich, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Oh, der Mieter hat ein kleines Alkoholproblem. Oh, schade. Dabei hatte ich so einen Hunger. Gut. Ja, die Küche sieht ja noch ganz schick aus. Ich schätze mal, irgendwo hier müsste dann... Oh, hier ist ein Klo. Ne, da sind wir reingekommen. Warte mal. Da müsste doch irgendwo ein Schlüssel sein, oder? Oder dieser Stromkasten. An der Wand. Stromkasten an der Wand. Oh, hier geht es auch hoch. Warte mal. Stromkasten ist bestimmt oben. Naja, wir versuchen es mal. Wäre jetzt ungewöhnlich, oder? What the fuck? Das ist eine gruselige Tür. Oh, ja. Sieht so aus, ob sie klemmt. Hallo? Muss ja nicht gleich knatschen. Ah, guck mal hier. Das ist mein Black Mirror. Kein Schlüssel drin. Kurz vor 10, Zeit zum Gehen, nicht wahr? Warum steht denn der Schrank hier mitten im Weg? Ich dragge. Okay. Das ist ein bisschen strange mit der Steuerung, aber ja gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Tagiere mit dem Puzzle mit dem linken, linken Maustaste. Oh, schön. Wir fangen mit dem Puzzle an. Ich glänze ein bisschen, sehe ich gerade. Ich müsste vielleicht das Licht runterdrehen im Stehen. Aber wenn ich den Schreibtisch runterfahre, dann... Weil es ist so indirektes Licht, weißt du? Naja, egal. Okay, äh, gut. Ähm, versuchen wir mal, das Rätsel zu lösen. Ich würde fast behaupten, dass... Können wir das nur irgendwie hier auf diese... Okay, das... Hä? Versuchen wir mal zuerst, dieses Zeichen hier zu lösen. Ja, das sieht, äh, das sieht hier gut aus, ja. Hä? Doch, das muss da hin. Ah, okay, okay. Äh, das Zeichen und da hin. Okay, das kommt da hin. Ach, wir müssen es immer auf das X legen. Dann, äh, wird's möglich hier. Da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Gelöst. Und jetzt? Ah. Kann man das irgendwie lesen? Seltsam aussehende Nachricht. Wie kann ich die denn öffnen? Oder, oder lesen? Gar nicht? Das ist aber blöd. Das ist jetzt echt blöd. Hm. Ach so. Diese zerrissenen Nachricht sieht so aus, als ob es nicht in Englisch geschrieben wurde. Ja, Latein ist schon schwer. Also, ich kann's auch nicht. Okay. Sehen wir zu, dass wir das Licht einkriegen. Wer weiß, was wir jetzt geöffnet haben mit diesem Zauberspruch. Okay, vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Use. Okay, sieht ornaniert aus. Also, mit Ornamenten. Heißt das ornaniert? Ich schon wieder. Das hatte ich schon mal. Ich erinnere mich. Außerhalb von, ja, von Koren und vielleicht schlechter TV-Promo. Auf schlechtem TV-Programm gibt's wahrscheinlich nicht viel, was man hier tun kann. Ich werd's später lesen. Ah ja. A strange ornate book. Titled, The Grimoire of Lucilla M. Okay. Schön. Schön, schön. Hier ist noch ein Schmuck-Ding. Da können wir aber nichts machen. Sonst nichts machen. Okay. Lass mich raten. Diese, diese... ...gruselige Tür ist jetzt auf. Zumindest hat's jetzt Klack gesagt, irgendwo. Unten? Oben? War hier noch ne Tür? Das muss unten gewesen sein. Irgendwas hat Klack gesagt. Vielleicht dieses kleine Klöchen oder so. Das, was sie als kleines Klöchen beschrieben hat. Wo ist das denn? Wo war das denn? Wo ist überhaupt die Haustür? Huh? Ah, so ein Ventilator. Den könnte ich jetzt auch gebrauchen. Hier ist die Haustür. Sollte zuerst das Licht anmachen. Okay. Vielleicht doch irgendwas oben. Hat ja irgendwie oben geklackt, ne? Was hat hier Klack gesagt? Ah, doch die Tür. Mensch. Okay. Hast einen kleinen Schlüssel aufgenommen. Okay. Wahrscheinlich dann doch unten fürs Klo. Ornamentiert. Nicht ornaniert. Ornamentiert. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ist das hier oben? Ist der Schrank umgekippt? Steht wie eine 1. Gehen wir mal runter. Ich glaube, hier war die Tür. Das muss doch in den Keller gehen hier. Unlock, siehst du? Hier ist mein Klo. Bequemes. Okay. Ah, ein Rätsel. Aha. Ich liebe das. Also, den können wir schon mal so. Ah. Das ist mal eine Stromschaltung. Let there be light. Es werde licht. Pack die Kisten aus. Let's make this room feel a little bit more like home. Mein Schminkzeug. Mein tolles Buch. Untersuchen. Okay. Rotate. Rot away. Alles klar. Use. Ah. Okay. Dad. Meine Schwester und ich. Und noch eine Kiste. Ah. Schon haben wir auch diese Aufgabe erledigt. Mensch. Lass uns nach Emma sehen. Kann ich sonst hier irgendwas öffnen? Teddy. Ralph. Alles klar. Oh, hier hat es auch gerade geklingelt. Remore of... Ach so. Ah, ich glaube, es gehört von diesem... Es gehört zu diesem Horror-SDK-Kit. Da haben wir schon mal... Ja. Schon eine Weile her, da haben wir so ein Spiel gespielt. Kann ich mir sonst noch was angucken? Können wir uns eigentlich drucken? Nee. Okay, Bücher geht nicht. Das geht nicht. Alles klar. Dann mal hier raus, ne? Lazy Sister. Also faule Schwester. Oh. Kein Bock auszupacken. Ach so, ich muss eh dröhnen. Ich vergesse immer. Ich bin müde. Ich mache es morgen. Ach so. Sie sagte, du hast nur dein Kunstzeug ausgepackt. Also mein Zimmer ist ja schon komplett ausgeräumt. Das ist nur, weil du versucht hast, das Haus zu öffnen, während ich den Truck abgeladen habe. Dad, du Loser. Hey, I'm not a loser. Ich bin kein Loser. Unglaubliche Konversationen hier. Okay. Aufgabe erledigt. Ach, ihre Kunstsachen. Wasser mal. Wasserfarbkasten. Ja. Alles klar. Hast du auch ein schönes Buch? Christian Jones Storybook. Wer ist Christian Jones? Huch. Das war so nicht geplant. So. Wo ist Dad denn? Herzlichen Glückwunsch, Rose. Du hast gerade eine Konversation mit deiner acht Jahre älteren oder jüngeren, weiß ich jetzt nicht mehr, Schwester gewonnen. Zeit, ein Bad zu nehmen, um die Schande abzuwaschen. Wieso komme ich da nicht rein? Ach so. Dad picked this room. Okay. Dad hat sich diesen Raum ausgesucht. Wir sehen später nach ihm. Tja. Wenigstens ist da nicht das Bad drin, ne? Ha? Das war unten. Ich erinnere mich noch. Ja, fast. Ich erinnere mich fast noch. Oh, Musik. Sieht doch nett aus hier. Bisschen altbacken, aber hey. Bad. Wir sind durchs Bad rein. Das muss... Hier ist das, glaube ich. Ah. Sehr schön. Baden. Nicht wahr? Baden. Waschen. Kacken. Was muss ich tun? Tür zu machen vielleicht. Objectives. Let's take a bath. Okay. Wir sollen baden gehen. Ah. Ah. Was? Warte mal. Jetzt hab ich's verkackt hier. Ah. Das ist ein... Das ist fucking Rätsel. Okay. Ach du. Ach du Herr Jemini. Ach du. Ach du. Was zum... Gut. Schön. Ich muss ja erst mal drauf kommen, du. Ich bade gerne schwarz. Eine Menge Schäben, die abgewaschen wurde hier. Ah. Wahrscheinlich einfach nur rostiges Badewasser. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Dad. 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 Hat sie nicht gesagt, das ist Dads Room? Dad ist nicht... Dad. Das ist mein... Ne. Das ist... Weißt du, wo Dad ist? Okay. Vielleicht ist Dad in meinem Zimmer. Geh ich den Schrank öffnen? Hm. Vielleicht ist Dad unten. Warte mal. Vielleicht gibt's hier irgendwas, was ich noch angucken muss. Hm. Okay, gehen wir mal runter. Vielleicht raus? Zu spät, um rauszugehen. Hier ist er nicht. Wo soll er denn sein? Ah. Ah. Hier bist du also, du Lümmel. Das Wasser aus den Rohren ist schwarz. Du bist wahrscheinlich der erste, der sie in Jahren aufhören kann. Bis ich sie ausleiten kann, werden wir das Wasser aus dem Wellen benutzen müssen. Okay. Du bist wahrscheinlich die Erste, die sie seit Jahren benutzen. Bis wir das sauber machen können, müssen wir halt das Wasser aus dem Brunnen benutzen von draußen. Hm. Möchtest du mir noch irgendwas sagen, Rose? Warum sind wir hier rausgezogen? Ich habe es euch schon gesagt, die Stadt ist kein guter Ort für zwei junge Mädchen. Du wirst immer dünner. Wie kannst du einen Arzt sehen, wenn du hier so weit draußen wohnst? Ich werde gut sein. Mein einziger Interesse ist, einen neuen Kropel zu starten und zu fixieren. Es wird ein guter Ort für alle von uns. Wir haben alles, was wir brauchen für ein gutes Leben. Mir geht's gut. Das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, dass wir hier quasi diesen neuen Ort, dass wir hier alles reparieren müssen, uns hier starten zu können. Es ist ein guter Ort für uns alle. Wir werden alles hier haben, was wir brauchen für ein gutes Leben. Hast du schon nach deiner Schwester gesehen? Sie hat sich dazu entschlossen, die Nacht durchzuzeichnen, anstatt auszupacken. Sie ist quasi stur, genau wie ihre Mutter war. Ich glaube, du kommst eher nach mir. Sei geduldig mit ihr. Der Umzug muss hart für sie, auch für sie hart gewesen sein. Jetzt lass uns etwas ausruhen. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns, ganz früh. Was ist das mit der seltsamen Tür? Die eine, mit den ganzen Ketten da dran? Ja, ich habe das auch gemerkt. Das ist schwierig zu erinnern. Es muss sich durch den Tendenin, der in die Zeit, nachdem meine Eltern passen. Ich bin nicht sicher, warum. Ich werde es mit einigen Tools öffnen, nachdem wir alle die Essenzen erst einmal fixieren. Aber erst, nachdem wir all diese wichtigen Sachen hier gefixt haben im Haus. Okay, Nachtpapa. Okay, also. Objective updated. Hä? Sehr strange, oder? Nicht wahr? Also, wir sind in dieses mysteriöse Haus gezogen, diese mysteriöse Tür da oben. Der Vater, der krank aussieht, die Axt da vorne. Kann ich die nehmen? Nur zur Verteidigung, natürlich. Nur zur Verteidigung. Mal sehen. Die seltsame Tür hier mit dem Sessel. Okay. Ah, wir wollen ein Kapitel dieses neuen Buches lesen, bevor wir ins Bett gehen. Das neue Buch. So, Schwester. Nee, das ist Dad's Room. Schwester chillt noch, ne? Chili Vanilli hier. Alles klar. Ist ja auch heiß. Ich schwitze auch. Gut. Nicht im Weg stehen. Wenn man die Tür zu machen will. Okay. Alles klar. Wo ist das Buch? Hier. Jus. Alles klar. Grimor Chapter 1 freigeschaltet. Okay. Oh, wer weiß, was wir hier lostreten, du. Da war dieses komische Symbol drauf. Mein Pfad in zeremonischer Magie. Ich wurde immer von der Idee getrieben, dass Kräfte hinter dem sind, was wir sehen können. Oder vielleicht noch viel weiter, oder vielleicht müssen wir sie erforschen, Entschuldigung. Eine Art von Kraft, die nicht nur Menschen gezeigt wird, die daran glauben. Die selbe Kraft, die selbe Kraft, die allen Dingen Leben gegeben hat. Mit der Erstellung, mit der Erstellung, mit der Schöpfung unseres Universums, den Sternen, der Existenz selbst, finde ich es nicht schwer, daran zu glauben, in diese Möglichkeit. Oh Gott, es ist schwierig. Ich habe Sermon nach Sermon, dem Leiden, dem Verderben von solchen Dingen in der Kirche davon gehört. Heilige Männer, Wunder und die Menschen, die ihnen gefolgt sind. Solche Dinge würde jeder für sich selbst gerne beanspruchen. Ich habe viele Nachmittage in der Historical Society damit verbracht, ihre kurzen Bücher zu lesen on the arcane or esoteric, die arcane sind oder esoterisch. Ich habe versucht, den Schlüssel zu Wunder zu finden, dass ich es selber ausprobieren kann. In meiner Suche bin ich durch viele dieser alten Bücher gekommen, das Kalvikul von Solomon, das von einer magischen Zeremonie spricht für Inkarnation, Rituale und Symbole, die genutzt wurden, um Geister zu rufen und sie zu kontrollieren. Das ist schwieriges Englisch, finde ich. Nachdem ich mich durch dieses Grimor gelesen habe, wusste ich von einem Geist, der den Wunsch hatte, Kontakt aufzunehmen. Mein Sohn Andrew, der das Jahr zuvor gestorben ist, ihn zu verlieren, war meine komplette Verbindung zu dieser Welt zu verlieren. Und selbst wenn es nur eine Illusion von Hoffnung gab, war es immer noch besser, als gar keine Hoffnung zu haben. Also habe ich mit den Kerzen angefangen. Ich würde warten, bis es dunkel ist, wenn unsere Welt und die Welt der Geister, die Verbindung quasi am dünnsten ist und würde durch den Wald gehen, in der Nähe von meinem Haus. Und ich würde Andrews Namen mit Kerzenlicht schreiben und würde ihn einladen, zu mir aus der Dunkelheit zu reden. Ich würde ihn fragen, mir zu sagen, was die Geheimnisse des Todes sind und welche Existenz dahinter liegt. Es war eine Erfahrung, die mich, ja, hat ruhig werden lassen und was? Ach nee, es war eine Erfahrung, nicht Pace, sondern Peace. Es war eine Erfahrung, die quasi, mit der ich dann Frieden mit meinem Verlust gemacht habe. Und ich fühlte den Sinn von Kraft in einem sonst so kraftlosen Leben. Ich habe mit diesem Prozess über ein Jahr weitergemacht. Ich habe neue Inkarnationen gelesen und habe angefangen, Pilgrimage in den Wäldern zu machen. Ich meine Pilgrimage in den Wäldern gemacht. Ich weiß nicht, was Pilgrimage ist. Wahrscheinlich sowas wie, ja, das, was ich halt gemacht habe mit den Kerzen. Dann in einer schicksalhaften Nacht, nachdem ich seinen Namen wieder in die Dunkelheit geschrieben habe und ihn, ja, gebeten habe, mit mir zu sprechen, hat Andrew endlich zurückgesprochen. Lucilla M. Also sie wollte nur mit ihrem Sohn reden und hat deswegen diese Rituale ausgeführt. Leer, ich muss was aus dem Brunnen holen, diese scheiß Drohre. Schön bei Nacht. Der Brunnen draußen. Ich will Emma nicht wach machen. Dad wahrscheinlich auch nicht. Dad schläft wahrscheinlich. Ist geil, wir haben das Zimmer nebenan. Das Zimmer neben diesen Verketteten hier. Hört ihr das? Hier schläft keiner. Hier auch nicht. Aber hier. Hört mal. Okay, irgendwas oder irgendwer ist in diesem Raum drin. Also ich weiß nicht, ob Dad wirklich das Teil gewaltsam öffnen sollte. Gibt es ja kein Licht hier. Halb vier Uhr nachts. Halb vier. Das Wasser ist nicht gut, ich muss nach draußen gehen. Achso, das ist das Wahrzimmer. Ich kenne mich mit meinem eigenen Haus nicht aus. Wie im echten Leben. Hier ist die scheiß Tür. Die Mücken haben die Tür aufgemacht. So muss es sein. Hallo. Ah. Kann ich hier die Kerzen anmachen? Wenigstens ist der Brunnen gut beleuchtet. Brunnen Eimer. Okay. Oh. Wie kann der Brunnen leer sein? Wir haben ihn gestern den ganzen Tag benutzt. Ja, da hast du es, ne? Hat schon lange nicht mehr gerechnet. Was zum Teufel ist das? Trick. Wir nehmen es. Oh. Emma? Hä? Okay. Was zum Teufel? Emma? Fuck. Oh gut. Nur ein Traum, oder? Wer klopft da? Ah. Rose. Emma. Emma. Ich hatte einen halben Traum. Ja. Ich auch. Ich auch. Dieses Haus ist alt und gruselig. Was machen wir hier draußen? Dieses Haus ist alt und gruselig. Was machen wir hier draußen? Wir tun das, was Dad denkt, das am besten ist. Und das war sein Haus, als er zu deinem Alter war. Wir tun das, was Dad denkt, das am besten ist. Das war sein Zuhause, als er in unserem Alter war. Oder in deinem Alter. Wird der Arzt immer noch besuchen? Wird der Arzt immer noch besuchen? Ich glaube nicht. Wir reden darüber am Morgen. Geh wieder schlafen. Zum Glück nur ein Albtraum. Das ist schon so ein bisschen im Nordafilm gemacht. Jetzt ist aber wirklich eine Kette weg, oder? Ja. Warum bin ich immer noch so müde? Als wäre ich die ganze Nacht weggefallen. Ein guter Start in den Tag. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Schwesterlein. Sie ist schon wach. Ah, es sieht schon viel freundlicher aus. Ich darf nicht immer gegen die Tür rennen. Es sieht schon viel freundlicher aus hier oben. Fuck. Eine Kette ist weg. Eine Kette wurde gesprengt. Wir müssen es Dad sagen. Dad? Dad hat immer noch nicht ausgepackt. Wie hat er nur geschlafen hier? Wahrscheinlich unten im Sessel. Oder er hat in diesem Raum geschlafen. Deswegen auch die Atemgeräusche. Wir wissen ja nicht, dass er wirklich da drin war. Wer weiß, wer weiß. Dad hustet. Dad? Vielleicht hätten wir das Rohrsystem nicht fixen sollen. Sie sitzen wieder mit dem Rücken zu uns. Ihr seid aber früh wach. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben noch nicht viel geschafft. Wir haben noch nicht viel geschafft. Wir haben nur Kisten ausgepackt. Ich werde zur nächsten Stadt rüber fahren, um ein bisschen Hühnchen und Tierfutter heute zu holen. Anything I can help with? Irgendwas, wobei ich helfen kann? Du kannst, eigentlich. Glückwunsch für uns, der alte Tenant hat ziemlich viele Pflanter in dem Rücken gebaut, die wir nutzen können. Aber Neklekt hat sich auf sie geschehen. Ich werde sie vorhin reparieren, bevor du und deine Freundin die Pflanze verdienen. Okay, das kannst du tatsächlich. Zum Glück hat uns der alte Mieter hier ein paar Pflanzdinger gebaut, im Garten, die wir benutzen können, aber negativ, ja, der Verfall ist quasi fortgeführt. Ja, wir müssen sie reparieren, bevor du und deine Schwester Pflanzen pflanzen können. Es gibt etwas, ja, Verlassenes. Ich weiß nicht, was Parish heißt. Ich dachte immer, es heißt sowas wie Verenden oder sowas oder Verderben, Verrotten des Parish-Refs, so viel. Westlich von hier gibt es auf jeden Fall irgendwas. Da kannst du hingehen und sehen, ob sie irgendwelche, ja, Werkzeuge haben, die sie uns leihen können. Es ist vielleicht schon Jahrzehnte her, aber, äh, hoffentlich ist immer noch da. Kann ich mitkommen? Ich muss, du musst mir mit den Lebensmitteln helfen, also, ja, Lebensmittelvorrat helfen, also bleibst du jeweils bei mir. Rose, ich habe auch eine alte Karte, ähm, ja, im Schließfach, im Schrank gefunden. Sieh es dir an, bevor du das Haus verlässt. Geh nicht, äh, ja, verlauf dich nicht in diesen Wellenladen. Sie sind Kilometer lang. Alles klar. Ich zeichne mir die Karte in meinen Tagbuch ab. The Parish. Okay. West here for tools. Okay. Westlich hier für Werkzeuge. Ich werde wieder da sein, bevor die Nacht hereinbricht. Das ist ja The Parish. The Parish. Parish. Thank you, Rose. Danke, Rose. Okay. Die Karte kurviert. Ich muss jetzt mal echt mal eben googeln, was Parish heißt. Sonst kommt es tausendmal vor und, ähm, ich weiß dann wieder nicht, was das heißt. Parish. Gemeinde. Okay. Gemeinde, Pfarrer, Pfarrbezirk. Sprengel. Ist, äh, keine Ahnung. Ah, hatte ich das für immer falsch im Kopf. Aber jetzt hoffentlich richtig. Gut. Gemeinde. Parish. Alles klar. Ich muss wahrscheinlich zur Karte gehen. Und muss dann sagen, wo ich hin will, ne? Okay. The Parish. Äh. Alles klar. Achso, ich habe sie abgezeichnet. Ja. Enter the pasture. Hold. Hold. Was heißt denn Pasture? Außenbereich? Oh, okay. Ich muss, ich muss zur Gemeinde gehen. Alles klar. Ja, wir sind im Außenbereich. Okay. Das ist unser Garten. Das sind wahrscheinlich hier diese, ja, die repariert werden sollen. Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Collectibles gibt oder so. Sieht aber nicht sehr erfolgsversprechend aus. Gut. Habe ich jetzt eine Karte, wenn ich jetzt M drücke oder so? The Pasture. Traveller. The Pasture. Okay. Ich google auch The Pasture. Dann wird wir das auch wissen. Weide. Okay. Weide. Ich sollte auf die Karte gucken. Ah, okay. East Village. The Pasture. Hollow Hills. The Parish. Westlich. Easter Village. Ich glaube, da haben wir, ähm, die Debo gespielt. Ist das unser Haus hier? Egal. Wir werden es schon nicht verlaufen, ne? Hier ist zumindest eine Brücke. Wir bleiben einfach auf den Wegen. Dann passiert schon nichts. Ähm, okay. Ist das die Gemeinde? Enter The Parish. Ach, guck mal. Was? Ist ja westlich. Klar. Zumindest, wenn wir da rauskommen und in diesen Kreisel kommen, ist das ja westlich. Wunderschön hier. So, wir sollen auch Werkzeuge suchen. The Parish. Traveller The Parish. Kein Wunder, dass der Weg so zugewachsen war. Es sieht so aus, wie schon seit Jahren keiner mehr ist. Ich sollte trotzdem nach Werkzeug suchen, damit ich den langen Weg nicht umsonst gegangen bin. Den langen Weg. Zwei Minuten. Zwei Sekunden. Zwei Sekunden. Nein. Zehn oder so. Ja, ist die Kirche oder so. Hand vor Tools. Auf der Jagd nach Werkzeug. Werkzeug. Die Kirche ruft nicht. Oh, hier, Werkzeug. Hier, da. Ne, ist einfach nur der Karre. Zumindest ist hier ein Haus. Mit Stromkasten außerhalb. Hollow Hills Historical Society. Highgate Schoolhouse. 1902 gegründet. Oha. Was zum... Okay. Die sind doch alle gleich groß, oder? Ah, da können wir ein kleines rein. Ja. Verstehe. Da muss auch ein kleines rein, oder? Ne, ein großes. Ja, dann gehört das aber nicht da rein. Dann gehört das da rein. Dann wahrscheinlich das da hin, ne? Hier, das da hin. Noch eins für hier. Eins für hier. Und eins für hier. Magic. War ja nicht gerade ein Junge? Hallo? Warum ist es neblig hier drin? Hier hat einer geraucht. Oh. Turn the burst. Die Büste umdrehen. Okay. What the fuck? Gibt's auf der anderen Seite auch noch eine? Das hat zumindest Klack gesagt. Untersuchen. Eine weiße Kiste. Ah. Okay. Da brauchen wir ein Passwort. Gibt's hier noch ne Büste irgendwo? Vielleicht auf der anderen Seite. Da hinten irgendwo. Zertifikate, die man nicht mal lesen kann. Liebe Gemeinde. Nein, Schüler eher, ne? Ich hab Werkzeug gefunden. He held away bad beat. Hm. Picked up tools. Whatever. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Aber warum mussten wir jetzt diesen Kopf drehen? Vielleicht ist das das Passwort? Dieses bold. Bold. Boa, was? Beat. He held away beat. Es heißt nicht Schlag. Was heißt denn beat? So geschrieben. Beat. He held away beat. Ich google das jetzt einfach hier. Beat Deutsch. Korn. Es ist unglaublich heiß hier in diesem Raum. Es ist halt wieder 30 Grad heute oder so. Ich versuch mal Beat. Also Korn. Vielleicht. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Wenn es der passt. Warte mal. Rotate. Beat. Nein. Tatsächlich. Nein. Tatsächlich. Take. Du hast ein Siegel von oben bekommen. Okay. Werkzeuge. Verschiedene Werkzeuge, die ich brauche und nach Hause bringen muss, um, ja, die Pflanzkübel zu reparieren. A seal of above. A strange looking seal. Looks like it could fit somewhere. Es ist so, als ob es irgendwo reinpasst. Als ob es irgendwo reinpasst. Vielleicht nicht hier. Vielleicht in der Kirche irgendwo. Oh, wir können auch auf dem Friedhof. Sehr schön. Und da geht es auch noch weiter. Da steht wieder jemand. Die Engel laden ein. War ja klar. Na doch. Wohnst du in dieser Stadt? Keine Antwort. Wahrscheinlich sollte ich mich umdrehen. Aber ich gehe jetzt einfach drauf zu. Was? Die Tür ist zugefallen. Oh. Eine weitere Truhe oder so? Nee. Warum sehen wir dieses Symbol da? Reach. Ich denke, ich muss zwei Untersuchungen zu unserer Aufmerksamkeit bringen, Vater. Mir sind einige Mitglieder unserer Congeneration aufgefallen, die sich von der Kirche abgewandt haben. Der arme Mann mit dem Alkoholproblem ist schon seit einiger Weile nicht mehr hier gewesen. Ich habe bei seinem Haus angehalten, aber es sieht so aus, als ob keiner zu Hause ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, durch seine Fenster zu schauen. So, als ob irgendjemand, irgendetwas Unnormales mich hinter meinem Rücken beobachtet hat. Noch obendrauf ist anzumerken, dass es auch Gerüchte über diesen Ort gibt, der sich quasi darauf bezieht, auf die andere Kirche in dem östlichen Dorf. Ich habe immer noch keinen Hinweis, was es bedeuten soll. Nur, dass Lucilia, die Witwe, die ihren Sohn vor ein paar Jahren verloren hat, irgendeine Art Verbindung dazu hat. Diese Frau, oder die Mannerisms dieser Frau, hat mich immer, ja, unwohl fühlen lassen. Was ist das Mannerisms? Ich kann mir nicht helfen, aber ich fühle mich, es fühlt sich so an, als ob sie eine verfluchte Frau ist, mit dem Glück, das sie hat. Ich werde mit ihr reden, wenn sie gewöhnlicherweise in der Nähe des Sees spazieren geht. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich eine dunkle Wolke wachsen fühle über unserer kleinen Gemeinschaft. Irgendetwas hat sich verändert. Markus. Okay. Was ist das? Schlüssel zum Museum. Okay. Schlüssel zum Museum. Halleluja. Ich brauche noch mehr Werkzeug. Kann ich dieses Ding irgendwo einsetzen? Alles so schön ornamentiert hier. Okay. Alles klar. Hä? Oh. Nice. Museum, Museum. Wo könnte das nur sein? Wahrscheinlich... Ich gehe mal in die Richtung. Hier ist nochmal so eine Art Pavillon. Auch kaputt. Ruckel, ruckel. Wo ist das Museum? Entschuldigung. Warte, gehen wir mal in den Friedhof. Friedhof. Sie war taub. Ja, sie war taub weg zu der Stimme des Herrn. Oh, guck mal hier. Das ist auch so ein Hexending. Können wir aber nicht nehmen, ne? Sie war taub für die Stimme des Herrn. So, das ist die richtige. Die korrekte Übersetzung. Was steht da für ein Blumenkübel? Ich weiß nicht, ob es hier wirklich was... Doch, hier. Da. Warte mal. Hier ist irgendwas. Ja, okay. Na gut. Ah, vielleicht hier. Vielleicht geht es hier ins Museum. Was steht denn da? Da steht was. Untersuchen. Read. Dieser Boden wurde zwischen den Jahren von 1692 und 1693 für die Prozesse, für die die Hexerei genutzt hat, benutzt. Bitte behandeln Sie diesen Untergrund und das historische Objekt mit Respekt. Ähm, ja. Wird von der Hollowhead Historical Society quasi gepflegt. Alles klar. Unlock. Open. Hinter diesen Toren liegen die Körper von denen, die verdammt, oder die der Hexerei bezichtigt wurden. Äh, ja. Kein Betreten in diesem Bereich. Es steht noch etwas Handgeschriebenes darunter. Zwei Kisten mit zwei Seelen. Der Pius-Mann in der Bibliothek und die böse Frau sechs Fuß tief. Einer drüber und einer drunter. Aha. Aha. Einer drüber und einer drunter. Wir müssen das Ding hier einsetzen. Sieht so aus, dass irgendwas Rundes hier reinpasst. Aha. Wir brauchen noch ein zweites. Aus einem Grab. Aus einem Grab. Da müssen wir ja auf den Friedhof. Wahrscheinlich bei dem Grab, wo... Die Wicked Woman. Die böse Frau. Die schlechte Frau. Dieb. Hey, jetzt vermutet, dass das hier ist, weil hier auch dieses Sexensymbol ist. Okay, vielleicht brauchen wir erst irgendwie irgendwas anderes für. Ich glaube, man könnte noch rechts gehen. Gucken wir da mal rein. Vielleicht aber auch hier. Die böse Frau. Sechs Fuß tief. Ah. Hinrichtungs... Äh... Gelände. Schön. 1902 gegründet. Oh. Holy. Mit Guillotine hier. Galgen. Viele Hexen, die man hier... Ne? Kopf kürzer machen musste. Ja, schon mal Probe liegen. Ist man da hinten? Oh. Können wir ihn ziehen? Nein. Ja. Ein Schieberätsel. Ihr wisst, wie ich das liebe. Nicht. Ach du Scheiße. Oh, ne. Okay, ich würde sagen... Das passt schon mal da hin. So. Die passen da hin. Das passt auch da hin. Wo ist die Hand? Hier muss die Hand irgendwie noch weiter gehen. Oder auch nicht. Kann auch ganz links stehen. Keine Ahnung. Der Stuhl. Ah, das passt auf jeden Fall da hin. Das passt da hin. Okay. Das passt da hin. Oh doch, das war richtig. Das ist da. 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 Nee, hier passt so. Hier passt so nicht. Das muss da hin. Aber ansonsten sieht es gut aus. Okay, wie kriegen wir das denn da hin? Wie kriegen wir das? Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Okay, das da hin. Wie kriege ich das denn jetzt da rüber? Ach Gott, ey. Ja. Ja. Und jetzt noch das da irgendwie hin. Ja. Das da hin. Ja. Ja. Nee, warte mal. Oh Gott. Ich bin zu doof. Ich bin wirklich zu doof für sowas. Es tut mir leid. Ich bin einfach zu doof für sowas. Das muss da hin. So, was muss nach unten? Das muss nach unten. Wie kriege ich das denn jetzt wieder da raus? Nee, so eher, ne? So, so. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. So, das muss da hin. Alles klar. Jetzt muss das da hin. Das heißt, wir müssen das irgendwie in diesen Kreislauf kriegen hier. So, und das dann. Das ist, das ist, das ist ... Es ist, äh, vergebene Liebesmühe hier. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Try and Error hier. Das muss da hin. Wie kriegst du das denn da hin? Ja. 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 Hi, Alex Keksle. Take. Pick up the yellow key. Small key marked with yellow on it. Was ist denn eine yellow nochmal? Oh, hier. Yellow heißt, glaube ich. Das ist eine yellow. Galgenschlüssel. Oder? Galgenschlüssel? Gallo? Guillotine? Gallo. Ich muss es googeln. Ich muss es googeln. Gallo. Was? Weide? Galgen. Ein kleiner Galgenschlüssel. Also doch richtig. Vielleicht müssen wir einen so eine Tür öffnen damit. Es stand ja, dass es quasi unten drunter ist. Deswegen dachte ich, man muss da irgendwie... Ja, da ist ja auch was drunter. Da ist auch Werkzeug. Da muss man irgendwie rein. Ach, hier. Ach Gott, ey. Gar nicht, gar nicht so falsch, ne? Hallo? Okay. Werkzeug und... Vier Buchstaben. Wahrscheinlich das, was auf dem Grabstein steht. Das, was auf dem Grab stand. Das Wort. Das war in derselben Schrift oder so. Der bettende Engel. Steht's hier wieder? Ich glaub nicht. Okul, das ist in der Aufnahme auch so? Ja, so semi, ne? Dief. Taub. Taub ist wahrscheinlich das Wort. Taub ist wahrscheinlich das Wort. Ach, da stand ja schon A. Taub. Da ist das zweite Symbol. Alles klar. Dann können wir damit jetzt durch das Tor gehen. Die Frage ist, was ist hinter diesem Tor? Wahrscheinlich die Historical Society. Was wird das? Oder so. Herrlich. Hallöchen. Ziele aktualisiert. Da glänzt was. Huch. War das mal ein Brunnen oder so? Hey, da steht wieder was. Warte mal. Uuuuh. Ah, ein Stromrätsel. Äh, okay. Äh, oh, okay. Ah. Okay. Und der letzte, da? Ah, ja. Wer kennt sie nicht, solche Stromkästen? Derweil kann ich nochmal hinterm Haus gucken, weil ihr wisst ja, ich muss immer überall gucken. Aber auch im hinteren Bereich gibt es nur nichts. Okay. Ich brauche mehr Werkzeug. Oh, wir haben Werkzeug. Was ist, eine Säge? Okay. Das sollte reichen. Sofern es hier nichts Interessantes mehr gibt, sollte ich jetzt zurückgehen. Ich öffne einfach hier die ganzen geheimen Dinger. Juckt keinen. Wer weiß, was jetzt noch Mysteriöses passiert. Ich gehe jetzt einfach. Ja, hier, hier. Bin ich hergekommen. Oh. Die haben die Hexe befreit. Wir haben sie befreit. Ich stehe ja im Stuhl. Ach, ne, ne Bank. Okay. Lautlos ist sie davongeschlichen. Okay. The pasture. Die Weide. Aufgabe aktualisiert. Drop off tools. Liefer die Werkzeuge ab. It's late. And this rain is getting worse. I should drop off the tools and go straight home. Okay. Es ist spät. Der Regen wird schlimmer. Ich soll sie... Werkzeuge abliefern und nach Hause gehen. Ja, eigentlich... Eigentlich doch. Muss ich doch nach Hause gehen, oder? Wo soll ich die abliefern? Eigentlich ja zu Hause, oder? Zu Hause. Wie parkt der da? Wie ist dieses Auto überhaupt da hingekommen? Hier sind Bäume. Steine. Wie hat der da geparkt? Hier irgendwie rein und dann vorwärts. Also... Unser Vater ist definitiv der Einparkkönig. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Gut, gut. Ich muss die Werkzeuge erst auf die Werkbank legen. Ja, ist gut. Ich schätze, da hinten ist die Werkbank. Ach so. Place tools down. Alles klar. Let's go home. Lass mich raten. Jetzt geht die Hexe bei uns rein. Nein, doch nicht. Okay. Das Wetherby House betreten. Zeit für einen Schluck Wasser. Rede mit Dad. Dad. Daddy. Bist du auf Pott? Nein. Stehen immer mehr Kisten? Ich dachte, die wollten hier die scheiß Kisten ausräumen. Haben sie immer noch nicht gemacht. Oh, ein Videorekorder. Fernseh, TV von VCR. Wahnsinn. Dad ist vermutlich oben. Fehlt da noch eine Kette? Nee. Ah. Er kann nur sitzen. Hey, Dad. Hey, Dad. Ich habe die Werkzeuge auf die Werkbank im Garten gepackt. Danke, dass du es getan hast. Irgendwelche Probleme mit den Einwohnern? Die ganze Gegend war verlassen. Eh, Dinge ändern sich. Leute gehen. Ich glaube, diese Stadt ist nicht so leiblich, wie es war. Ach, die Dinge ändern sich. Die Menschen bewegen sich. Ich schätze, diese Stadt ist nicht mehr so lebevoll, lebhaft, wie sie mal war. Lebt hier überhaupt noch irgendjemand? Ich bin sicher, dass es noch Leute gibt, die hier die Lande arbeiten, wie wir es tun werden. Alle Pläte fallen auf schwierige Zeiten, aber sie fliegen zurück. Wir können morgen noch mehr darüber sprechen. Wir können darüber morgen reden, aber du siehst so aus, als hättest du noch eine weitere Frage. Gibt es eine weitere Kirche in dieser Stadt? Ich dachte, du sagst, die Kirche wurde abhandelt. Wer hat dir das gesagt? Du gehst nicht aus dem Weg, hast du? Ich habe dir gesagt, diese Kette gehen für Kilometer weiter. Äh, ich dachte, du hättest gesagt, dass die Gemeinde verlassen war. Wer hat dir das erzählt? Du hast doch nicht etwa den Pfad verlassen, oder? Ich habe dir gesagt, diese Wälder sind Kilometer lang. Ich bin nicht umhergewandert. Ich habe eine Nachricht in der Kirche gefunden, die der Priester geschrieben hat. Sie hat eine andere Kirche erwähnt und dass sie in der östlichen Dorf liegt. Es gibt nur eine Kirche in dieser Stadt und du warst da heute. Ich will auch nicht, dass du hier in diesen Gebieten rumstreunst, streunerst, rumschleichst. Ähm, und in dieser Stadt, in diesem Dorf auch nicht. Es ist einfach zu weit weg und du könntest dich verlaufen. Also, du hast davon noch nichts gehört, als du hier aufgewachsen wirst? Nichts über Hexerei oder den Namen Lucilia? Rose, ähm, ich habe jetzt in dieser Stadt seit fast 40 Jahren nicht mehr gelebt. Aber ich bin sicher, eine Menge Dinge sind hier passiert, während ich weg war. Aber aktuell haben wir zu viel Arbeit an diesem Haus zu tun, um uns in diesem Kleinstadt, äh, ja, Geschwätz, ja, zu verfangen. Okay, vergiss einfach, dass ich erwähnt habe. Gute Nacht, Dad. Read before bed. Oh, schön. Dürfen wir ein Buch lesen? Ich habe es hier mit den Türen. Hallo? Du darfst einfach nicht dagegen laufen, dann gehen die automatisch zu. So. Besuchen wir nochmal unsere Schwester? Ich glaube schon, ne? Es ist spät. Emma schläft vielleicht schon. Na gut, dann halt nicht. Dann sind wir halt eine schlechte Schwester. So, Tür zu. Ich muss einfach nur dagegen laufen, oder? Ja, siehste. Magic. Jus. Kapitel 2 von Grimoire. Ach ja, wer hat denn das Buch von hier? Jetzt wird's wieder schwierig. Eine spezielle Art der Zeremonie. Ich konnte die, ja, die Umrisse von Andrews Diolette sehen, äh, gegen das Mondlicht. Ähm, seine, seine, ja, seine Details sind in der Dunkelheit versteckt, äh, weil die nichts getan habe. Er hat mir Antworten zu meinen Fragen angeboten und, ähm, ja, quasi eine Leitung, die nur er anbieten kann. Alles dafür, dass ich meinen Namen in, in, äh, was Kleines einritzen sollte, das ich vor meinen Füßen gefunden habe, in, äh, eine Small Ledger, 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 warte. Ledger, Deutsch, ein kleines Buch, Hauptbuch, okay, ein kleines Buch, das ich vor meinen Füßen gefunden habe. Ich dachte, dass ich träume, oder dass vielleicht, ähm, ja, meine, meine Erwartung, Andrew zu sehen, mich gemacht hat, dass ich halluzioniere. Ich könnte meine Augen einfach schließen und versuche, meinen Kopf klar zu bekommen, aber jedes Mal, wenn ich sie öffne, steht er immer noch da vor mir in den Bäumen. Es war real. Der Geist meines einzigen Kindes hat auf meine Rufe geantwortet. Ich habe das Buch unterschrieben, ähm, nachdem ich, äh, erst, ja, hektisch es angesehen habe. Und dann hat er wieder mit mir geredet. Ja, irgendwie so. Er hat mir Tür, Türen, äh, gezeigt, die versteckt sind in den Jahreszeiten und, äh, Mondzielzyklen. Er hat von, äh, von, ja, von Sachen in vergessenen lang, lang, äh, Sprachen geredet. Aber das Verwirrste, äh, Verwirrste war von einer Zeremonie, die er mir beibringen konnte. Intriguing. Ne, Intriguing ist was anderes. Ja, Intriguing, das Intriguing war. Eine Zeremonie, ne, eine Zeremonie mit zwei Teilen. Der erste Teil bindet, ähm, ja, die Seele, äh, an die Welt der Lebenden. Und der andere Teil bringt sie zurück zum Leben, äh, äh, in dem Moment ihres Todes. Ähm, äh, Andrew hat mir gesagt, dass das Leben danach quasi dunkel ist und ein dunkler, kalter Ort. Und dass ich diese Zeremonie abschließen muss und meinen Geist zu seiner, äh, 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 was? In theory, entbind my spirit to his word. Also, dass ich meinen Geist an seine Welt binden muss und mich selber davor schützen kann. Das war sein Geschenk an mich. Ähm, nachdem ich das erste, den ersten Teil der Zeremonie, äh, fertiggestellt hatte, ähm, würde eine weitere kostspielige Sache auf mich zukommen. Ähm, es brauchte mehr als ein paar Werkzeuge, so wie, äh, Kerzen, Wachs oder Seile. Es brauchte etwas mehr, äh, mehr, etwas, das mehr an das Leben selbst gebunden war. Wir haben fast bis zum Morgengrauen gesprochen und dann bin ich nach Hause gegangen. Am nächsten Morgen habe ich über seine Worte nachgedacht, die ganze Erscheinung, äh, wonach habe ich gefragt, das war kryptisch und, äh, unmoralisch. Aber vielleicht ist das Leben selbst so. Also habe ich angefangen, mehr über diese Zeremonie nachzudenken. Ich habe mich an, äh, ein kleines Haus erinnert, in dem ich manchmal alleine gesessen habe. Losgelöst von dem Rest der Stadt. Äh, es wurde nur von einem, ja, von einem Betrunkenen quasi besetzt. Ein Mann, den man leicht vergessen kann. Äh, ich habe beschlossen, dass der erste Teil der Zeremonie gemacht werden muss. Ähm, allerdings brauchte ich Hilfe bei meinen Aufgaben. Ich konnte nur an eine einzige Person denken, die vielleicht, ja, fähig war, mir zu helfen. Ein ruhiger Mann, der sein Haus nicht viel verlässt. Er hat mein Interesse, ja, festgestellt, durch sein, indem er durch sein Fenster geschaut hat, als ich, ähm, geübt habe in der Nähe des östlichen, des östlichen Dorfes. Er ist vor mich getreten und, ähm, der hat mir gesagt, dass seine Freunde Interesse in solchen Dingen auch in solchen Dingen haben. Allerdings, ähm, niemand hat jemals, ähm, sowas ähnliches ausprobiert, wie ich es getan habe. Ich bin zu seinem Haus gegangen, ein paar Tage später und habe ihn gefragt, ob er mir vielleicht mit meinen Aufgaben helfen würde. Ähm, ich habe ihm nicht die ganzen Details gegeben, also würde er nicht, ähm, Zeit haben, kalte Füße zu kriegen, als wir angefangen haben. Ähm, ich habe ihn darum gebeten, mich draußen zu treffen, bei dem Haus alten Mannes, ähm, ähm, am Sonntag, exakt um 2.30 Uhr nachmittags, um uns eine Stunde Vorbereitungszeit zu geben. Lucila M. So, so viel zu lesen, du. Press any key. Oh, ist das jetzt quasi die Geschichte? Das ist jetzt der Traum, oder was? Wir sind in dieser Kirche. Alles klar, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann quasi genau, äh, an dieser Stelle wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt schauen wir mal, was wir in diesem, ja, vermutlich Traum, es wird wieder ein Traum sein, was wir hier jetzt so entdecken können. Können wir die nehmen? Untersuchen. Ich habe nichts, womit ich die Kerzen anzünden kann. Okay, wir brauchen also eine Art Feuerzeug. Es ist cool, dass das jetzt schwarz-weiß ist. Wir folgen mal den Kerzen. Ich bin schon wieder hier? Wir werden bestimmt zur, zur Guillotine geleitet hier. Was ein Service. Wenn man in die Richtung guckt, ruckel, 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 schon Hammer. Hier alles gut. Hier ruckel, ruckel, ruckel. Okay. Ah, wir müssen, glaube ich, in die Kirche. Kann das sein? Doch, nicht zur Guillotine. Na gut, ich mache alles mit. Alles, was ihr sagt. Ab nach Ruckelhausen. Wahrscheinlich einmal außenrum. Ist da jemand in der Kirche? Die Kirchenglocken. Die Kirchenglocken. Hey, können wir auch rein? Oh, hi! Oh. Hallo? Der Körper hält die Säge fest. Ja. Okay. Ich hoffe, der jagt uns nicht. Man and woman face one another. She's confronted by the snake's whisper. He is pursued by death's touch. Gaze upon them until they gaze upon you. Also Mann und Frau sehen sich gegenseitig an. Sie ist quasi konfrontiert von dem Schnattern der Schlange. Und er ist verflucht durch den Touch, also durch die Berührung des Todes. Pursuit. Schau sie dir an, bis sie dich anschauen. Oder so. Mensch, da haben wir noch Bilder. Warum sitzt der da? Ich hoffe, der verfolgt uns nicht. Gleich. Die Schlange. Die Schlange in Ketten. Genau solche Ketten, wie sie quasi an der Tür sind, hm? Könnte das was bedeuten? Oder wird er uns gleich häuten mit seiner Säge? Können wir was hier ist? Ein Engel. Auch mit Ketten. Irgendwas, was man hier nehmen kann. Oh. Weltkarte. Schön. Ah. God. Fuck. Was? Die hat doch gerade noch nicht getickt, oder? Oh, warte mal. Vielleicht müssen wir die Bilder angucken. Ich habe reingezoomt. Schlange. Vielleicht die Schlange als zweites angucken. Müssen wir was angucken. Ich meine, es muss ja ein Rätsel sein, ne? Da sind drei Bilder. Mit Kerzen. Das haben wir uns gerade angeguckt. Da ist die Kerze. Ah. Ah. Wir müssen das in einer gewissen Zeit schaffen. Mann und Frau sehen sich an. Okay. Das Bild ist es nicht. Was ist das zweite? Vier Stück gibt es hier. Crazy. Die Schlange. Die Schlange ist falsch. Was gibt es denn noch für Bilder hier? Warte mal. Mann und Frau sehen sich an. Wo ist das andere Bild? Okay. Das ist definitiv irgendwie... Ja, da ist ein Engel. Mann und Frau sehen sich an. Ist das draußen? Ich denke, wir müssen hier ein Rätsel lösen, um in die Kirche zu kommen. Wo sind denn noch Bilder? Hä? Hä? Das ist die Schlange. Das ist die Schlange. Schlange? Was haben wir noch für Bilder? Da hinten ist noch eins. Das ist doch eigentlich eine Frau. Man and woman. Warte mal, was haben wir denn? Mann und Frau und Tod. Vielleicht müssen wir mit ihm anfangen hier. Man and woman face one another. She is confronted by snakes' whisper. He is pursued by death's touch. Das muss dieser Engel sein. Der Todesengel. Gaze upon them. Schau sie an, bis sie dich anschauen. Schau sie an, bis sie dich anschauen. Also doch Schlange als nächstes, oder was? Man and woman. Aha. Wir müssen sie einfach nur anschauen. Snake dann als nächstes. Oder? Ah, Snake. Okay. Man muss sie einfach nur lange ansehen. Einfach stillhalten. Aha. Und jetzt den Todesengel. Ah, scheiße. Zu langsam. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Okay. Zuerst die Frau, dann die Schlange, dann den Mann, dann den Todesengel. Und immer schön die Hand von der Maus nehmen. Ich zitter zu sehr. Da. Muss ich näher dran. Okay. Okay Das ist eine knappe Sache hier Witch, Hexe Die Säge und dann raus Ich glaube mit der Säge kann ich dann vielleicht die Kirche aufmachen Was ein Rätsel Die Säge aufgenommen Vielleicht müssen wir mit der Säge aber auch Ne, der Friedhof ist zu Ich denke mit der Säge müssen wir hier das Tor aufsägen Gibt das Sinn? Saw through the locked hold Also sich das Schloss sägen Mücken Aufgaben aktualisiert Ein Spiegel Ist das meine Konsole? Oh Streichhölzer und ein Brief Von dem weitesten See entfernt zu den höchsten Bergen Zu diesem Heiligtum Wir sind verflucht Geh nicht viel weiter Bring das Licht Zu dem Turm Von Wo du hergekommen bist Als ein Leuchtfeuer der Hoffnung Okay Geh nicht viel weiter Das war doof Das war doof Ein Ereignis hat dein Schicksal verändert Ach scheiße Hm Die Neugier ist der Katze tot Noch ein Event Drei Events hat mein Schicksal Okay Da bin ich ja mal gespannt Wieder halb vier morgens Wer klopft da Wieder die Schwester? Keine Schwester Lass mich raten Eine weitere Kette wurde weggesprengt Sprengt Okay Das so gut ist, dass wir in dem alten Buch immer lesen Kapitel 2 Kapitel 2 halt Kein Name Einfach nur Kapitel 2 Sieht so aus, als ob ich schon wieder eingeschlafen bin Aber warum bin ich denn so müde? Meine Haarklammer ist auch weg Ich sollte vielleicht in Emmas Zimmer danach suchen Ich hoffe, sie war nicht wieder hier drin Guten Morgen Guten Morgen Gehe nach Emmas Zimmer Ich habe ja wirklich tolle Gummistiefel Das muss ich ja mal sagen Oh, Emma Emma? Emma hat schon ein bisschen gemalt hier Schick, schick Oh, das ist dark Seltsame Zeichnung Aber meine Haarklammer ist nicht hier Labs Vincent L. Stark Labs Okay Was liest sie sonst noch so? So vor Keine Ahnung Kann ich nicht lesen Über Kopf Okay Soll nach der Familie suchen Scheinbar ist das unsere Mutter hier Denk ich mal Ist Dad da? Dad? Dad Dad Zumindest die Kisten sind ausgepackt Irgendwas hier Zum Spionieren Der hat das Tagebuch Nein Was liest der denn so? Collection of Poems Naja Gucken wir mal unten Hier liegt wieder eine Kette Oh oh Nur noch zwei Ketten Zwei Nächte noch In der wir wahrscheinlich Entscheidungen fällen können Oder so Dad Dad Bist du hier drin? Oh, der Fernseher ist aufgebaut Sehr schön Sehr, sehr schön Endlich Fernsehen Ah, da sitzt er wieder Hey Dad Wo ist Emma? Rose Rose Sorry, I slept in Entschuldigung, dass ich eingeschlafen bin Schon okay Ihr habt in der letzten Zeit hart gearbeitet Du kannst dir ein paar Pausen nehmen Warum verbringst du nicht den Tag mit deiner Schwester? Ich sage nicht Nein, einen Tag freizunehmen Schön, dass du es zu hören Ich fühle mich heute nicht so gut Also werde ich mich heute wahrscheinlich hier drinnen ausruhen Okay Ruh dich aus Und lass mich wissen, ob du irgendwas brauchst Okay, ruhe dich aus Und lass mich wissen, falls du irgendwas brauchst Jetzt müssen wir noch Emma finden Time with Emma Zeit mit Emma Oh, können wir Frühstück machen? Ist jetzt mal was im Kühlschrank? Ja, Brot, Milch und noch mehr Milch Brot und Milch Mehr brauchen wir nicht zum Überleben als ein Farmer Warum ist das Brot eigentlich nicht hier drin? Da hast du extra so ein Brotkorb und da ist nix drin Ah, die Familie Plattenspieler Oh, was hören wir denn hier so? Relax Collection Volume 1 Das Badezimmer sieht auch gut aus Guck mal, hier hast du ein Power-Sick Klopapier Klo funktioniert Ich habe die Leitung gefixt Okay Gehen wir mal raus Naja Die Weide betreten 2.000 Jahre Oh, wir haben Hühner mittlerweile Hühner Drei Stück Ist hier hinten auch irgendwas neu? Ich muss mal gucken Bevor wir zu Emma gehen Hier sieht es immer noch Obwohl Doch, hier sind Tomaten Die sind ja schnell gewachsen Eckige Tomaten Wenn sie eckig sind Dann sind sie auch schmeckig Ha, 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 ha Also wir haben Brot Milch Tomaten Und Gurken wahrscheinlich Und drei Hühner So kommen wir aber nicht über den Winter, Leute Ich vermute mal Der Tag Pause hier mit Emma Ich denke mal Das ist jetzt der Part Den wir auch schon in der Demo gespielt haben Das ist gut Weil Dann weiß ich, was ich tun muss Und kann hier möglichst Möglichst schnell durchhäten Nein Dann stehe ich nicht wieder wie ein Idiot Vor solchen Rätseln da Dann weiß ich wenigstens, was ich tun muss Aber vielleicht Vielleicht Hat sich auch was verändert Also Das sind die Hühner Die du und Vater geholt haben An dem Tag Als ich in der Gemeinde war Magst du sie? Ich schätze schon Okay Wenigstens interessierst du dich Für irgendwas anderes Als Außerzeichnern Lass uns den Tag zusammen verbringen Wie wäre es Wenn wir zum Teich zusammen gehen Ich habe ihn hier Auf der Karte gesehen Östlich von hier Okay Okay Mir ist auch aufgefallen Dass du Also eine Zeichnung Von einer Frau In deinem Zimmer hattest Bleib aus meinem Zimmer Du Blödmerk Tut mir leid Ich dachte du hast schon wieder Meine Haarklammer genommen Also Wer ist sie? Sie ist nur jemand Den ich kenne Du kennst keinen Wo hast du sie getroffen? Sie redet manchmal mit mir In meinen Träumen Du meinst wie in einem Albtraum? Das sind keine Albträume Sie ist nett zu mir Ihr Name ist Lucilia Lucilia? Wo hast du den Namen her? Sie hat mir gesagt Ich möchte nicht mehr darüber reden Seltsam Ach schon gut Okay Laufe zum Teich Östlich ist der Dann müssen wir wahrscheinlich auch Hier lang den Weg Ich sollte mit Emma laufen Damit sie mir quasi An mir dranbleiben kann Die Models sehen eigentlich Gar nicht mal so scheiße aus Ich weiß nicht warum sie so oft Die Gesichter nicht zeigen Okay Das ist jetzt die Frage Ich denke mal nicht Dass wir uns großartig verlaufen können In diesem Spiel Deswegen gehen wir einfach den Weg lang Viel schneller kann ich ja auch nicht laufen Ah hier ist der Teich Ja guck mal Sieh mal einer an Hm Es sah aber eindruckender auf der Karte aus Lass uns weitergehen Dürfen wir weiter weggehen? Was Papa nicht weiß Macht ihn nicht heiß Okay Untersuche weiter die östliche Region Willkommen zu Skyrim Folge 159 Wirkt zumindest so Oh Was ist da? Ein Aquädukt War nicht ganz Oh Mensch Da freue ich mich mal wieder Jetzt wo ich das mit dem Aquädukten Da muss ich direkt an A Plague Tale denken Und freue mich so Dass dieses Jahr Das zweite Der zweite Teil rauskommt Oh ich freue mich so Das ist auch wieder ein Game Was wahrscheinlich nicht jeder gucken wird Weil es halt kein Horror ist Aber ich freue mich drauf Ah Wir sind in der Eastern Village In dem Eastern Village In dem östlichen Dorf Müsste das jetzt sein Wie gesagt Auch das was Wirst du die Demo kennen Enter the Eastern Village Geheimnisvoll Geheimnisvoll Und du sagst wir machen die was zusammen Wann war der letzte Tag An dem wir komplett zusammen Verbracht haben Der einzige Grund Darum wir das tun Ist weil Papa Uns aus dem Haus Geschmissen hat Und du bist langweilig Beides ist wahr Was ist das überhaupt Für ein Ort? Ich weiß es nicht Es stand einfach nur Östliches Dorf Auf der Karte Sieht aus Als es schon bessere Tage Gehabt hätte Alles in dieser Stadt Ist alt Ich hasse das Wir leben hier Was müssen wir Wenn wir aus Geld gehen Alles in dieser Stadt Ist alt Ich hasse den Ort Wo wir jetzt leben Was sollen wir eigentlich tun Wenn wir kein Geld mehr haben Ich habe da vielleicht Ein paar Ideen Was denn? Mich an den Zirkus verkaufen Oder irgendwie sowas Nein Wir haben dich beim Zirkus Gekauft Und sie haben eine Strenge Ja Regeln Nicht zurückzugeben Haha Können wir Verstecken spielen? Bitte Wir sind den ganzen Weg Hingelaufen Okay Aber geh nicht zu weit weg Es ist schon spät Und wir müssen zurück Bevor es dunkel wird Nicht blinzeln Ja Bereit oder nicht Ich komme Hide and seek Oh, er zwingt es an Nein, zu pissen Ja, ich erinnere mich Okay So Lass mich mal kurz überlegen Perfekter Zeitpunkt Für Dass es anfängt zu regnen Ah Traveler Die östliche Ist öfters östliche Dorf Ja, hier steht noch so Ein netter Camper rum Ne Ich weiß gar nicht Ob man hier jetzt Vielleicht mehr machen kann Scheinbar nicht Die Performance ist auf jeden Fall Schon mal besser, ne Okay Wir gucken mal Hier Kann ich dir helfen Kann ich dir helfen Oh mein Gott Tut mir das leid Ich dachte, hier lebt keiner mehr Nicht viele tun das noch Normalerweise sind es nur Leute Die hier vorbeikommen Ich schätze Du bist mit dem Mädchen gekommen Die eine In der Lederjacke Ja, das ist meine Schwester Emma Wir haben einfach nur ein dummes Spiel gespielt Ich habe sie gesehen Wie sie unter dem Zaun durchgekochen ist Bei der Historical Society Das große Haus Nordöstlich von hier Sie hätte wirklich nicht Dahin gehen sollen Oh, vielen Dank für den Hinweis Ich sollte mich dann auf den Weg machen Sie zu holen Das Tor ist geschlossen Und wahrscheinlich passt du nicht unter dem Zaun her Aber ich kann dir helfen Du musst nur mir Ein Gefallen tun vorher Klar, was brauchst du? Da ist ein kleines Haus Östlich von hier Ich gebe dir den Schlüssel für die Haupt- Ja, für die Eingangstür Etwas sehr Wichtiges Etwas für mich sehr Wichtiges ist darin Hol es mir Und ich helfe dir Das Tor zur Historical Society zu öffnen Kannst du das für mich tun? Ich würde es selber tun Aber ich kann nicht Ein kleines Haus östlich von hier Okay, nach was genau soll ich suchen? Ähm Hallo Ähm Picked up the abandoned house key Und Retrieved trinket Trinket Trunket So, das ist übrigens dieses Hier Historical Society Müsste das hier sein Wo wir allerdings nicht hinkommen Hier steht noch der nette Grabstein Mit deutscher Inschrift Fritz Hausterstädter oder sowas Tischlermeister 1881 bis 1954 Ja Das ist halt das Coole Wenn du so fertige Texturen hast und so Aber wir müssen jetzt erstmal zum Haus Zum verlassenen Haus Das ist das Tor Sieht so aus, als ob es abgeschlossen ist Ich glaube, wir müssen in dieses Haus Ach nee Die Haupt Die Haupteingangstür ist abgeschlossen Vielleicht die Backyard Door Oder das ist die Front Door Mal sehen Use Front Door Okay, hier ist irgendwas, was der Typ will Soll es ja nicht allzu kompliziert sein, oder? Ja, ich kann mich noch erinnern Ich kann mich noch erinnern So, wichtig sind diese Bilder Das weiß ich noch Ähm Wir müssen aber was finden Ist hier ein Brief? Mal sehen In der letzten Zeit Er sagte Er wurde Bei einem Von einem Hund angegriffen Aber irgendwas Fühlt sich nicht richtig an Über diese Geschichte Ich traue ihm nicht Oder die Menschen Die in dieses Haus gehen Was tun sie da So spät in der Nacht? Sieht so aus, als ob es abgeschlossen ist Da brauchen wir einen Code für Und auch ein Bild Wie gesagt Ich kenne das jetzt nur Weil ich weiß Was ich tun muss Und weil ich in der Demo Halt so abgekackt habe An dieser Stelle Okay, hier sind die Männchen Jetzt muss ich mal gucken Wie die Stellung ist Also Was haben wir hier? Hier haben wir dieses Ne? Der von links oben Nach rechts unten Das ist der hier Von links unten Nach rechts oben Okay So, der zweite Der hat dieses Symbol Links Gerade rechts Runter So Und der dritte Wo war das dritte Bild? Hier glaube ich Links oben Rechts unten Oh Klack Und wir haben Einen Schlüssel Schlüssel Zum Badezimmer Der hat sich nur Der hat sich nur einen Snack geholt Okay Gnosis Die Schriftart kenne ich Gnosis Gnosis Ein Foto Ein Familienfoto Da ist auch das Symbol Wieder drauf Okay Das ist nämlich das Was er will Okay Lass uns das Foto Abliefern Und Das Den Torschlüssel Für die Historical Society Die holen An diesem Punkt hoffe ich Dass Emma Hofft Dass ich sie nicht finde Fotografie unter der Tür Herschieben Take gate key Hallo Das ist derselbe Typ Der gerade in dem Haus war Okay An diesen Teil erinnere ich mich Nicht mehr ganz so gut Aber Wir nehmen erstmal ein Bier Oh Und noch Öl da Und Wein Na gut dann halt nicht Können wir hier durch Klemmt fest Kann ich nicht öffnen Wo kriegen wir den Schlüssel her Den Schlüssel Den Schlüssel Junge Bleib sitzen Hm Okay Merkwürdiges Bild Merkwürdig Es wird schon wieder warm Hier drin Ey Ich bin froh Wenn der Winter kommt Ha Das hat mich schon wieder erwischt Es war derselbe Jumpscare Wie in Haarthon Es war der Fuck ey Hier mit dem Chuck Als Kopf Auch geil Sieht zumindest so aus Wenn man im richtigen Winkel steht Okay Manneken Finds wieder blöd Lieber YouTube Algorithmus Das sind Puppen Das sind keine echten Menschen Ähm Wir sollten sie auch nicht so lange angucken So Ich glaube der Hier haben wir ein Rätsel Aber wir müssen noch was finden Breach The beast sits in the corner Of his long forgotten land One strolls furthest And above him Fragility in hand Neither Above Or below The two A soul swing bare Galloping up high A dark omen Can't help but stare A soul painted In the Thoughts Lays furthest From the pale While two swords Between darkness Await bells and veil Okay Äh Der Teufel sitzt in einer Ecke Von seinem längst vergessenen Land Einer Schleicht Weiter weg Und über ihn Herum Äh Hat was zerbrechliches In der Hand Weder Darüber Noch Darunter Die zwei Eine Seele Schwingt Ja Herum Und Ja Oben drüber Galoppiert Ein dunkles Omen Und kann nichts tun Außer Außer zu starren Ähm Eine Seele Die in Gedanken Gemalt wurde Liegt am weitesten Weg von den Bleichen Während zwei Seelen Zwischen Dunkelheit Warten Auf Klingeln Und Vail Keine Ahnung Okay Was wir tun müssen Wir müssen die hier Quasi Anordnen Und ich weiß Echt nicht Galopping up high The pale So wir haben den Joker Wir haben die Zwillinge Wir haben das Und wir haben Das Wie kann man denn nochmal hier raus Hier Okay Nochmal gucken Echt The beast sits in the corner Of this long forgotten land One strolls further And above him Fragility in hand Weiter weg Und über ihn Also In a corner Kann also nur da Oder da sein Fragility Was Was zerbrechliches In der Hand Ja das ist das So Okay Oh Eine Karte Alles klar Alles klar Ähm Weder da rüber Oder darunter The two A soul swinged bare Galopping up high A dark omen Can't help but stare Also der kann nur da Kann nur starren Wieder oben noch unten Swings up high Irgendwie so Oder So A dark omen Weder über noch unter den Zweien Okay Galopping up high Dark omen Can't help but stare Oder Oder war das quasi So Boah Oh So The strolls furthest and above him. Furthest and above him. Ja, haben wir. Kann natürlich also auch da oder da sein. Warte mal. Genau. Vielleicht... Hallo? 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 Ah, okay. Kann natürlich auch da und da sein, also da und da. Weder da unten und zu. Weder über noch unter ihm. Unter den Zweien. Schwingt eine Seele. Also, die Zwillinge dürfen da nicht sein. Zum Beispiel hier. Aber wer ist zwischen den Zwillingen? Galloping up high. Nein! A dark omen can't help but stare. A soul painted in thoughts layed furthest from the pale like two souls between darkness. minus. Zwei Seelen zwischen Dunkelheit. Das ist die Dunkelheit. Zwei Seelen zwischen Dunkelheit. Achso, der muss am weitesten weg... Nee, der muss am weitesten weg sein. Oder doch so. Galoping up high. Zwei Seelen zwischen Dunkelheit. Das ist ja der dunkle Hintergrund. der muss weit weg sein. Ich bin so schlecht, ey. Ja, ja, alles schon mal gespielt. Kein Problem. Biest sits in the corner. Also, der Teufel in der Ecke. Und das, der mit dem der Streuner mit dem Zerbrechlichen über ihm und hat was Zerbrechliches in der Hand. Okay. Weder darüber noch unter den beiden schwingt der der Gehängte. Okay. Also, weder darüber noch darunter. Oben reitet einer und er kann nichts tun, außer zusehen. A soul painted in thoughts lays furthest from the pale am weitesten weg while two souls between darkness awaits furthest. Also, dass man dann hier das Ding nicht kriegt wieder. furthest from the pale. The pale ist der Bleiche, der Tod. Der kann nur zusehen. also, ich will sagen, das muss dahin. Der kann nur zusehen. Der kommt dahin. Nein, der kommt dahin, weil weit weg. Der ist zwischen So, ja. So kann das nur sein. Was ist jetzt aufgegangen? Das Ding? Pliers, okay. Was? Dünnes Metall durchschneiden. Hey! Oh my god! Ja, kommen wir weg. Hallo? Das Foto, was du gefunden hast, ist mir sehr wichtig. Du hättest mir nicht helfen müssen, aber du hast es trotzdem getan. Ich werde das nicht vergessen. Okay, Bro. High five. Er hat auch die Säge in der Hand. Junge, Junge. 1968. Metall durchschneiden. Hallo? Ah, der Schlüssel. hier ist auch wieder dieses, ne? Trorschloss. Minzen. Okay. Ja! Alles klar. Lass dich nicht stören, ne? Alles gut. Sie sollte nicht in dem Haus sein. Das ist der kleine Nachbar, von dem glaube ich die Rede war. Schönen Tag noch, ne? Ich gehe jetzt Schwesterchen befreien. Ah, es war gruselig. Lass uns Emma suchen und dann raus hier! Ich finde Emma. Emma. Hallo Hills Historica Society 1902 gegründet. Und die 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 Schleppsche ne? Historical Society Traveler The Historical Society ist klar. Aha. Das ist doch diese Hexe, die neben einem weißen Mädchen sitzt. Was ist das flüsternd? Hm. Ich kann die Dinger nicht mit meinen bloßen Händen abreißen. Wir müssen also irgendwas finden. Oh. Alte Laterne aufgenommen. Sieht so aus, ob sie immer noch ein bisschen Öl darin hat. Use. Okay. Hallo? Halt das Grammophon. Emma? Gucken wir uns erst mal hier unten um. Untersuchen. The Breaking Wheel. Ein Modell des Breaking Wheels. Ah, da war was mit Uhrzeiten, ne? Es ist wichtig für ein Rätsel. Ich schreibe mir das schon mal auf. Weil ich weiß, was wir das für ein Rätsel brauchen. Es ist 12 Uhr, das hatten wir ja schon mal, 12 Uhr 35. Wheel, sag ich jetzt einfach mal. Okay. Geschlossen. Klemmt. Kommen wir nicht rein. Aha. Das Wheel für innen, die Guillotine für die Mitte und dieses Ding für ganz außen. Ah, da müssen wir die Uhrzeit einstellen. Ach, auch noch Sekunde oder was? Hä? Warte mal. Müssen wir vielleicht nur ein drittes Teil finden? Na, komm schon. Okay, ich gucke erstmal, wo die anderen Sachen sind. Sind auf jeden Fall hoch. Warte mal. Vielleicht auch den Sekundenzeiger. Nee. Hallo. Können Sie mir helfen? Ich habe mich total verlaufen hier. Hier drüben. Dieses Flacker-Event, ey. Schöne Degen. Oh. Merkur, Jupiter, Earth, Mars. Mars, Uranus. Pluto. Venus. Merkur. Jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Das gute alte Planetenspiel, ne? Was haben wir hier drin? Einen kleinen Schlüssel. Ah, die Guillotine. Guillotine. Äh, 9,55. Guillotine. 9,55. Okay, es muss noch irgendwo eine geben. Oh. Ah, ein Brecheisen. Hier müssen wir eine Melodie spielen, um hier durchzukommen. abgeschlossen. Eine Musiknote ist auf der Tür. Okay, gehen wir erstmal runter. weiter. Ne, mehr gucken, ich hab glaube ich was falsches Wort. Ja, 12,35. Ich habe 10,35 aufgeschrieben. Das ist natürlich falsch. Ich habe es schon korrigiert. Raus mit dir! Natürlich. Jetzt sind wir so weit gekommen. Ah. Oh, wieder ein, 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 ein Puzzle hier. Nicht da? Da, da. Okay. Ähm, da. Vielleicht. Okay. Das gehört nicht dahin. Machen wir jetzt erst die Ränder hier. So. Dann wird es eigentlich ziemlich einfach. Schätze ich. Musikblatt aufgenommen. Ah! Das Hältnis kann mir neu fahren. Hallo? Dann hauen wir mal in die Tasten, ne? Kein Glück können wir Klavier spielen. Endlich machen sich die Pianostunden bezahlt. Tadun! Tadun! Ein sehr schönes Lied. Klack, die Tür ist auf. Wer kennt sie nicht? Musikgesteuerte Uhren. Uhren. Türen. Türen. Das meine ich. Ah, die, äh, wie heißt das Ding? The Pillory. Pillory. Dieses Ding halt. Und es ist, ähm, 17 Uhr 15. 17 Uhr 15. Okay, so. Irgendjemand atmet hier schon wieder. Warte mal, muss da, muss da vielleicht, brauchen wir noch so ein drittes Rad oder sowas? Was? Irgendwo? Ich bin mir nicht mehr sicher gerade. Aber ich habe es jetzt auch nirgendwo gefunden. Ne, hier war nur das. Vielleicht unten noch. Müssen wir nochmal gucken. Da war die dritte Uhr. Aber, okay. Ach ne, hier muss ich ja gar nicht hin. Hier war nur das Rätsel. Okay, nochmal gucken. Also, das Innere, das Äußere. Ach so, wahrscheinlich die... Vielleicht zwölf, neun und siebzehn. Das Wheel, Gelatine, zwölf, zwölf, neun und siebzehn. So. Ah, die große und die kleine. Zwölf, neun und siebzehn. Und dann hatten wir fünfunddreißig. Fünfundfünfzig und fünfzehn. Aha. Was steht da denn? Vesufus. Weg mit dem Zettel. Betrete den Keller. Untersuche den Keller. Ah, meine Laterne ist weg. Oder? Use. Doch, ich kann sie doch noch benutzen. Schöne alte Badewanne. Schön, schön. Emma? 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 Klemmt fest. Kann ich nicht öffnen. Mhm. Mhm. Wer hat meine Kerze ausgepustet? 120 mal plus, mal plus 50. Ach du Scheiße. Okay, wie viel mal ist 120? 120 plus, das ist schon mal zwei. 10 mal 12 sind 120, plus 2 und 2 mal wie viel, plus wie viel ist 50? 2 mal 1 plus 48 ist 50. Was auch immer ich hier angestellt habe. Was auch immer ich hier angestellt habe. Hier ein Generator. Der Kühlschrank läuft wieder. Warte mal, hab ich den angestellt? Das sieht so aus, wenn man es zur Seite schieben kann hier. Muss ich sonst noch was machen? Nee, ne? Irgendeinen Schalter drücken? Ich hätte es schwören können. Ah, warte mal hier. Wir haben einen Geheimgang gefunden. Mensch, da muss ich erstmal drauf kommen. Ich glaube, da ist sogar ein Kabel? Nee, da ist kein Kabel. Was ist das? Überall diese leeren Bilderrahmen. Abgeschlossen. Es gibt so viele Gerüchte, die in dieser Historical Society in letzter Zeit um sich gehen. Wir brauchen, wir müssen Lucilias Körper hier wegbringen. Für den Fall, dass irgendjemand hierher kommt und sich hier umsieht. Die Zeremonie wird in ihrem Zuhause stattfinden. Aber es ist zu weit für einen einzigen Trip. Das Haus von diesem Besoffenen, von dem einen, von dem uns Lucilia erzählt hat. Wir können sie da hinbringen. Also quasi unser Haus. Es sollte immer noch leer sein. Und keiner hat von den Besitzern in Jahren was gehört. Bewegt den Körper nachts dahin und macht es schnell. Verkleidet euch, oder verkleidet den Wagen als, ähm, ja, Bauutensilien für den Weg, um den Weg zu restaurieren. Ähm, das Projekt, das wir quasi finanzieren. Ihr werdet dann fähig sein, außerhalb des Dorfes zu reisen, ohne dass es verdächtig wirkt. Und nachdem ihr die Vorbereitungen, äh, fertiggestellt habt bei Lucilas Haus, werden wir den Rest dorthin bewegen. Was zur Hölle ist dieser Ort? Ist das die andere Kirche? Guck mal hier, die Schweinsmasken, das Schwein, ne? Haben wir auch schon gespielt. Schweinsmasken. Ah, hier haben wir wieder ein Rätsel vor uns. Ist cool, wie hier, äh, das Öl-Gemälde quasi... Also ganz passt das nicht so, als ob da was übermalt wurde, ne? Na, egal. Lösen wir das Schieberätsel. Scheiße. Äh, ja. Okay. Das muss so. Das muss so. Das muss nach vorne. Das muss nach links, das muss nach rechts. Gucken wir erstmal, dass das da hin muss. Ja, sieht gut aus. So, das muss da hin. Scheiße, das muss nach oben links irgendwie. Quasi da hin. Oh Gott, ey. Schieberätsel. Mein persönliches Nemesis hier. Ja, fast richtig. Also eine... Warte mal, das muss nach da hinten. Das muss nach da. Und da... Ja, okay. Okay. Gut. Ja. Okay. Nach links oben muss dann das hier. Wir wandern mal alles rum. Das war auch scheiße. Tschüss. Gibt's hier ein Reset? Ich mach nochmal Reset. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Also, warte mal. Das muss nach oben und das muss nach unten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Warte mal. Das muss da hin. Das muss da hin. Okay. Das war da eigentlich richtig. Das muss da hin. Das muss da hin. Okay. Wie kriegen wir das da und das da hin? Ja. Okay. Hier oben ist richtig. Jetzt nur noch hier unten. Ähm. Das war da richtig. Okay. Okay. Das muss da hin. Das muss da hin. Und das da hin. Jetzt. Was ist aufgegangen? Was haben wir geöffnet? irgendwas hat klackert. Hm. Irgendwas hat klackert. Aber was? Vielleicht eine Tür? Eine Tür auf der anderen Seite. Oh, okay. Oh, okay. Verrückt. Oh, Käfige. Sehr schön. Der Folterraum. Der Folterraum. Gemütlich. Dieser Ort ist voll mit diesen Dingern. Ich träume diesmal nicht. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte abhauen. Time to leave. Ein Witch-Totem. Also ein Hexentotem. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was? Was? Ich habe ein schlechtes Gefühl in meinem Bauch, wenn ich es ansehe. Hier ist noch ein Brief. Volunteering our blood doesn't have the same effect as it did with that man. Ich weiß nicht, was volunteering heißt. Unser Blut. Irgendwas mit unserem Blut hat nicht denselben Effekt, wie es mit dem Mann gemacht hat. Start with Drifters. Drifters. Or anyone not from town first and keep it quiet. Okay. Fang mit Rumtreibern an, die nicht aus dieser Stadt sind und seid leise. Okay. Was ist das? Können wir jetzt hier aufmachen? Nein. Okay. Hör. Hör. Emma? Warst du in diesem Schrank? Hier ist alles voll mit den Dingern. Sie hat die Maske geklaut. Aber hier ist sie nicht. Überall fliegen wir da. Er hat es vergessen. Emma! Was machst du hier unten? Ich habe gesehen, wie die in die Kellertür aufgemacht ist, also bin ich hier gefolgt. Du hättest dich nicht in dieses Haus schleichen sollen. Was hast du da an? Es ist eine Schweinemaske. Ich habe sie in diesem wehrten Raum gefunden. Es gibt ein paar davon. Ich war gerade, um dich zu schrauben. Es ist eine Schweinemaske. Ich habe sie in den Sätzen im Raum gefunden. Es sind einige davon da. Ich wollte dich nur erschrecken. Geh das Ding einfach ab und wir können darüber später reden. Lass uns hier rausgehen. Gott, es ist so spät geworden. Der Sturm ist immer schlimmer geworden. Lass uns es nicht riskieren, eine Abkürzung nehmen. Lass uns einfach den Weg zurückgehen, den wir genommen haben durch die Weide. Und lass uns nicht mit Dad darüber reden, was passiert ist. Er hat schon genug Stress. Okay. So, Sweetheart. Ich gehe vor, ne? Let's go home. Ich sollte in der Nähe von Emma bleiben, damit sie es nicht verloren geht. Ich kann es nicht nochmal riskieren. So. So. Wer hat all diese Laternen angemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Da hinten. Irgendwoher. Ja. Ja. Noch da einmal? Ja. Sie zeigen auf was. Ja. Er hat sogar eine Karte hinterlassen. Vielen Dank, dass du nochmal die Fotografie für mich geholt hast. Ich werde dich bald sehen, mein lieber Freund. Es gibt keinen Grund, dass ich diese gruselige Karte mitnehme. Achso, das sagt sie wahrscheinlich. Ja, das ist klar. Dann macht's gut, Jungs und Mädels. Ab zur Weide. Ganz schön dunkel geworden. Bist du noch da? Alles klar. Huch. Habe ich noch die Laterne? Ja, warte mal. Jus. Alles klar. Die Geräusche sind gruselig. Komm mit. Verlaufen können wir uns hier nicht wirklich. Ich dachte, da wäre was im Wald gewesen. Aber ich glaube, ich habe mich nur getäuscht. Warte mal. Wo muss ich lang? Hier. Ich glaube, hier müssen wir her. Da sind auch schon Kerzen an. Können wir eigentlich einfach querfelde eingehen? Ja. Sollte es schneller gehen, als wenn wir hier diesen Weg lang gehen. verdammtes Wetter. Verdammtes Wetter. Obwohl, ich hätte jetzt auch gern so kaltes Gewitter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Emma? Äh. Du machst mir Angst, Kind. Ja, ja, Teenager. Hahaha. Okay, wir sind da. Emma, kannst du mir mehr über deine Freundin Lucilia erzählen? Du wirst dich nur über mich lustig machen. Ich verspreche dir, dass ich das nicht tun werde. Sie lebt in einem Haus so wie unseres, in den Wäldern nördlich von hier. Neben einem See. Was hat sie dir noch in deinen Träumen gesagt? Sie sagt, sie hat Geschenke, die Dinge verändern können, oder sogar Menschen. Hat sie mit dir über Witchcraft gesprochen, oder irgendwas so? Ich glaube nicht. Warum redet sie mit dir? Sie sagt, ihre Freunde hat sie in ihr Haus gebracht, und dadurch, dass ich jetzt hier lebe, muss ich auch ihr Freund sein, oder ihre Freundin. Ich glaube, deine Freundin Lucilia ist nur eine Erfindung deiner Vorstellungskraft. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Manchmal, wenn du und Dad draußen arbeiten, dann klopft sie an die Wand, damit ich weiß, dass sie da ist. Emma, ich will nicht, dass du weiter zu Lucilia redest. Oder mit Lucilia. Strenge Schwester. Ins Haus. Wir wollen nochmal Buch lesen. Rede mit Vater. Können wir hier nochmal gucken. Obwohl, die Karte habe ich ja in meinem Buch. Okay, wir waren in einer Eastern Village. Greenwater Gardens waren wir noch nicht. Hier ist das Haus. In der Nähe eines Sees. Hier wohnen wir. Das muss das Haus... Aber das ist kein Seen an der Nähe. The Parish. Ah, hier ist quasi der Dingens, ne? Wir sind da lang gegangen, und wir sind hier lang gegangen. Und dann geht es nur noch nördlich. Hier hin. Und dann geht es da durch, zu diesem Haus. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwann hin. Aber jetzt müssen wir erstmal mit Dad reden. Müssen wir Dad erstmal finden. Habe ich denn immer noch die Laterne? Kann ich die noch öffnen? Kann ich nicht. Daddy? Dad? Bist du hier drin? Schade. Das ist doch wohl in seinem Zimmer, wa? Oh, er hustet. Oh, ne. Dad? Geht's dir gut? Was schreibst du da? Ah, Rose, ach, kümmere dich nicht darum. Wie war dein Tag? Ihr wart schon ganz schön lange weg. Wir sind in eine kleine, in ein kleines Dorf östlich von hier gegangen. Ich habe einen sehr seltsamen Mann dort getroffen, und die Häuser waren wie aus einem Albtraum. Ich glaube, irgendwas ist in dieser Stadt passiert, seitdem du hier aufgewachsen bist. Also leben doch Menschen hier. Das klang so, als ob dieser Ort hier verlassen ist, nachdem du von der Gemeinde zurückgekommen bist. Diese Stadt ist verlassen. Irgendwas Schlimmes ist hier passiert. Hast du einen Schlüssel für die verschlossene Tür im Flur gefunden? Nein, ich habe es nicht. Ich habe versucht, sie mit Gewalt zu öffnen, aber diese Ketten sind einfach zu fest. Kann ich es aufbrechen? Ich weiß, ich bin nicht so stark, wie ich war damals. Aber wenn ich es nicht öffnen kann, dann glaube ich, dass du es nicht auch nicht. Okay. Ich weiß, ich bin nicht mehr so stark, wie ich es sein sollte. Aber wenn ich es nicht öffnen kann, kannst du es auch nicht. Denn du bist eine Frau. Du kannst gar nichts. Das möchte er damit sagen. Dabei stimmt das nicht. Was, wenn ich die Axt benutze? Jesus, Rose, du wirst nicht eine Axt in eine Tür von diesem Haus hauen. Warum machst du eh darüber Sorgen? Oder Gedanken? Ich schätze die Geschichten von Emma und ich lüge nicht über irgendwas, dass hier irgendwas seltsam ist an diesem Ort und der Gemeinde auch. Selbst meine Träume haben sich verflucht angefühlt, seitdem wir hier sind. Wir haben quasi unser Leben umgekrempelt und sind über das Land gereist, oder zum Land gereist, ja, gezogen. Alles ist neu und braucht ein bisschen Arbeit. Ich glaube, der Stress hat uns alle in irgendeiner Art und Weise Rose sagt nichts mehr. Okay. Ich weiß, es fühlt sich als ob es hier nicht viel gibt, aber gibt diesem Ort eine Chance. Wenn alles hier, ja, quasi referiert ist, wird es sich für dich und für euch Mädchen auszahlen. Und falls ihr euch hier draußen isoliert führt, da ist eine Stadt nur zwei Stunden entfernt, mit jeder Menge Menschen. Nah genug, dass ihr beide dorthin gehen könnt am Wochenende, nachdem wir hier, ja, das erste Getreide geerntet haben oder irgendwie sowas. Du kannst genug davon erzählen, was wir nicht essen, und du kannst kaufen, was wir brauchen. Aber für heute müssen wir, dass wir dieses Ort funktionieren. Wir können jetzt nicht so viele Fähigkeiten haben, Rose. Du kannst genug davon erzählen, was wir nicht essen, und du kannst kaufen, was wir brauchen. Du kannst dir vielleicht sogar, ja, einen Platz dort leisten, wenn du quasi, ähm, wenn du keine Lust mehr hier auf das Landleben hast. Aber jetzt im Moment müssen wir machen, dass dieser Ort funktioniert. Wir können uns keine Märchen erlauben, Rose. Du hast recht. Wir machen, dass dieser Ort funktioniert. Hab dich lieb, Dad. Ich lieb dich auch. Okay. Ah, noch ein bisschen lesen. Warum nicht? Alles klar, Bro. Oh, Emma ist vielleicht müde. Ich sollte... hätte sie heute nicht verlieren dürfen. Okay. Reading time. Oh. Ich hab mir jetzt erstmal hier hingegangen. Was ist das denn? Warte mal. Was ist das? Warum? Tür zu hier. Strange Note. Ach, guck mal. Und das Bild. Und sonst noch was hier? Der Schrank ist immer noch leer. Na gut. Grimoire Kapitel 3. Jetzt gibt's wieder was zu lesen, Leute. Ich mach mich schon mal feucht. Blut, Magie und die Schweine. Es ist jetzt schon Monate her, seit meine Freunde aus der östlichen, aus dem östlichen Dorf und ich das Haus von einem Mann betreten haben. Vielleicht brauche ich ein bisschen Zeit, um wirklich darüber, über diesen Ort nachzudenken, den ich mir jetzt genommen habe. Es ist eine Sache, Geister mit Ruhe, mit Kerzen und Wachs zu rufen, aber eine andere, um dasselbe mit dem Blut eines Menschen zu machen. Ich schätze, es wäre nicht einfach gewesen, aber der Kampf mit dem Mann war schlimmer, als ich dachte. Er hat das Gesicht meiner Kumpan ernsthaft verletzt mit einer kaputten Flasche. als er quasi, nachdem er ihn quasi runtergedrückt hat und die, nachdem er ihn quasi runter geschubst hat, die Treppe und sein Nacken gebrochen ist und er von da in Ruhe war. Ich fürchte, mein, ja, mein Mitstreiter ist wahrscheinlich missgebildet. Disfigured from the audio. Ich habe ihm gesagt, ich werde ihm eine Maske machen, um die Wunden zu verstecken und als Dankeschön an ihn. Von diesem Moment wollte ich einfach nur nach Hause und alles vergessen, aber ich bin schon zu weit gegangen, um jetzt zu stoppen. Ich habe die Schritte gefolgt, die Andrew mir in den Wäldern gesagt hat, bis die finale Kerze brennt und der erste Teil der Zeremonie vollständig war. Aber ich habe nichts gefühlt. Ist meine Seele jetzt an seine Welt gewunden? Wenn ich jetzt sterbe, ähm, oder wenn mein, wenn, kann ich, kann mein Körper jetzt sterben, aber nicht mein Geist, wenn ich da hingehe oder wo ich dann hingehe? Ich habe mich mit meinen, äh, Mitstreitern getroffen und seinen superstitious Freunden. Ich treffe mich häufig mit ihnen in der Historica Society nach dieser Nacht. Ähm, ich habe ihnen alles über die zeremonielle Magie beigebracht und all die Geheimnisse, die mir Andrew, ja, gesagt hat. Sie haben langsam angefangen, Vertrauen in mir, ja, dass der Vertrauen, dass der Vertrauen zu mir wächst und, ähm, ja, schätzen mein Wissen über die Esoterik. auch wenn die Leute in der Stadt, äh, quasi das mitbekommen haben, dass wir uns treffen und fangen an, darüber zu lästern oder zu reden. Eines Abends, ähm, als wir geplant haben, uns zu treffen, ähm, äh, hat eine Frau meine Gefolgschaft angesprochen, hat er ein Schwein genannt. Ähm, die Gemeinheit von Menschen ist vielleicht ist es aber auch ein, ein Kompliment Ihnen, ein Tier zu nennen. Ich habe angefangen, unsere Gruppe die Schweine zu nennen in dem Gedanken, ähm, und dem Zeichen, dass alles damit begonnen hat, dass wir uns Schweinemasken angezogen haben, um uns, unsere Mitglieder zu schützen, selbst, äh, untereinander. Ich habe jeden von ihm detaillierte Anweisungen zu dem zweiten Teil der Zeremonie gegeben um sie an dem Tag meines Todes ja auszuführen. Äh, durch all diese Arbeit und diese Opfer äh, wird nichts für meine Freunde übrig bleiben oder bleiben, außer das, äh, was ich diesem Mann in seinem Haus in der Nacht angetan habe. Ich habe Secuta Macula angepflanzt. Die Helmlock Pflanze. Helmlock. Ja, ist das vielleicht hier? Ja, ist halt so eine Pflanze. Äh, und habe sie in die Weinflaschen, ja, gefüllt. Ich bin sicher gegangen, sie wieder, ja, neu zu verkorken und wieder mit Wachs zu beträufeln, dass niemand weiß, dass sie quasi, äh, damit versetzt wurden und habe sie in meinem Keller platziert. Wenn ich glaube, dass meine Schweine nicht länger vertrauenswürdig sind, werde ich, ähm, ja, ein Treffen abhalten und werde es ihnen servieren. Äh, wenn sie erst einmal das Gift getrunken haben, werde ich sie in den Wäldern begraben. Einer nach dem anderen, wenn ich es tun muss. Ich habe alles, ich habe alles getan, um quasi meinen Geist zu, ähm, ja, zu, zu erhalten. Es hängt nun alles von der Loyalität meiner Leute ab und ob sie den zweiten Teil der Zeremonie korrekt ausführen, wenn die Zeit gekommen ist. Lucila M. Go to bed. Okay. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt wieder in eine Traumsequenz kommen. Oh, wir sind wieder in dem Haus und, äh, das ist jetzt wieder der richtige Moment, um eine kleine Aufnahmepause zu machen und hier mal ordentlich durchzulüften, damit die 40 Grad aus diesem Raum kommen, bis gleich. So, da bin ich wieder und es ist etwas kühler im Raum, das heißt, wir können jetzt ohne Probleme diesen Albtraum machen. Das hat sich sogar ein bisschen gereimt. Ich habe leider keine Lampe mehr hier. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Sind wir in der, ja doch, wir sind in dem Haus. Die, ja, in der Historical Society. Aber hier sieht es ein bisschen anders aus. Rose, Emma. Ich glaube, die Namen muss ich nicht übersetzen, oder? Okay, äh. Mann, ey, mit den Türen, die Türen und ich, wir werden keine Freunde mehr. Witzig. Die Ausgangstür hat genau diese zwei Ketten wie bei uns im Haus. Hier sind wieder die, die, äh, Hausschlappen. Okay, wo müssen wir hin? Ha! Da stolziert sie vorbei. Du jumpscares mich nicht nochmal. Die Uhren sind weg. Der scheiß Boden knatscht immer noch. Ah, wir können in den Keller, aber vorher gucke ich mal oben. Wir können nicht oben gucken. Der Schrank ist die Treppe runtergefallen. Naja, okay. Wenigstens der Keller ist auf. Ist der mich die Rätsel es auch gar nicht mehr, verdammt. Emma, wo bist du? Hier unten. Sag nicht, ich muss das bescheuerte Rätsel nochmal lösen. Nee. Wehe, du bist wieder im Schrank. Unser Familienbett. Was macht sie mit uns, die Hexe? Wissen wir, diesen Folterraum? Der ist zugestellt. Gut. Dann gehen wir in den Orgien-Raum. Ach! Ja, Mensch. Ich glaube, es ist nicht sicher, darüber zu gehen. Okay, dann. Emma, komm her. Es ist okay, Rose. Sie ist die Freundin, die ich dir erzählt habe. Lucilia. Geh von ihr weg. Wir gehen jetzt. Sofort. Lucilia, wo ist das? Sie sagt, sie will etwas in dem Hinterraum zeigen. Komm schon. Das sind mal Hi-Hi-Heals. Das ist nicht echt. Ich träume wieder. Ich glaube, ich sollte einfach gehen. Ich sollte nicht da reingehen. Soll ich gehen? Ach komm, ich bin neugierig. Ich gehe zu meiner Schwester. War wohl nicht so gut. Dann mal sehen, welches Ende wir haben. ist ganz cool gemacht mit den Entscheidungen, die wirklich mal in-game sind und nicht erst ein Ereignis hat dein Schicksal verändert und nicht erst quasi kurz vorm Ende. Ist dann aber auch ein bisschen schade, weil ja, aber alle fünf Enden hätte ich jetzt sowieso nicht zeigen können. Dazu hätte ich ja, müsste ich das Spiel fünfmal wirklich durchspielen, um jede Entscheidung oder jede Kombination irgendwie mitnehmen zu können. Jetzt sprengen wir wahrscheinlich die vorletzte Kette. Nicht wahr? Es ist wieder halb vier. Sie klopft an die Tür. Nein, an die Wand. Okay, ist keiner da. Aber ich bin mir sicher, wir haben die nächste Kette befreit. Musik ist schon gruselig, also immer wenn die Kette kommt. Ich erschrecke mich selbst da. Ladezeiten aus der Hölle. Kapitel 3 Zwei Monate später. Okay, habe ich das Buch nicht weitergelesen? Haben wir mehr als drei Hühner jetzt? Oh. Endloser Frieden mögest du bekommen, oh Herr, und lass dein, ja, dein Licht auf ihn scheinen. Die Gnade Gottes ruhen Friedenarm. Das ist wohl der Faddy. Was machen wir jetzt? was machen wir jetzt? Wir werden weiter tun, was wir tun. Das Haus ist meistens repariert, wir haben viel Essen und ich starte zu der nächsten Stadt um Suppe zu bekommen, wie Vater hat. Er wirklich wollte, dass wir dieses Ort arbeiten machen. Wir machen weiter, was wir getan haben. Das Haus ist schon fast vollständig repariert und wir haben eine Menge Essen hier. Und ich fahre in die Stadt, in die nächste Stadt rüber, um Vorräte zu holen, so wie Vater es getan hat. Er wollte wirklich, dass wir machen, dass dieser Ort funktioniert. Also werden wir es für ihn tun. Wir sind jetzt ganz allein hier draußen. Du hast immer noch mich und ich werde dich nicht verlassen. Wir können machen, dass es funktioniert. Und was machen wir jetzt mit Dad? Wir geben ihm eine Plot, keine Ahnung, eine Stätte, eine Grabstätte. Plot kenne ich eigentlich nur als Geschichte. Also Plot Twist, quasi eine Story. Na gut, wahrscheinlich wird es auch so eine Art Grabstätte sein. Warum gehst du nicht zurück ins Haus? Ja, sie schaufelt. Ja, sie schaufelt, ne? Also wird es wahrscheinlich ein Grab sein. Hm. Dad's room. Okay. Dad einfach im Garten beerdigt, ey. Zumindest wissen wir anhand der Story, äh, wo wir hingehen müssen als nächstes. Dad's room. Oh, da liegt tatsächlich was. Da liegt jetzt was. Guck mal hier. July 1st. Erst am 1. Juli? Ist noch alles gut, ne? Okay, gehen wir mal in Dad's room. Ist hier sonst noch irgendwas? Room? Das ist wieder das Klavierstück, was wir da in dem Haus gespielt haben. Wir müssen bestimmt das Video gleich angucken, sonst wäre er nicht der Videoplayer. Okay. Dad's room. Dad's room. Eine letzte Kette ist noch da. Ach, Blumen. Ach, wie traurig. Ach, wie traurig. Mom und Dad. Öffne die Kiste. Ist das ein Bauplan? An meine Tochter, Töchter, Rose und Emma. Wenn du diese Nachricht gefunden hast, bin ich sicher, ihr habt es beim Aufräumen meines Raumes gefunden, nachdem meine Zeit gekommen ist. Ich bin sicher, ihr zwei habt eine Menge Fragen darüber, warum wir hier sind und was wir als nächstes tun sollt, jetzt, da es an euch liegt. Es war quasi, ich weiß nicht, apparent von meinen Besuchen bei den Ärzten, dass es mir nicht, achso, es war offensichtlich vielleicht, dass aufgrund der Besuche beim Arzt, dass es mir nicht besser gehen wird und nachdem ihr zwei Mädchen schon eure Mutter in so jungen Alter verloren habt, habe ich es nicht als fair angesehen, dass ihr auch euren Vater verlieren sollt. Ich wollte die Sache richtig machen, die Gedanken daran, euch zwei zu verlassen, um ein Haus in der Stadt zu fördern, war zu viel für mich. Also bin ich einfach in das Haus meiner Eltern auf dem Land gezogen. Ich wollte euch beiden beibringen, wie ihr euer eigenes Essen anpflanzen könnt, wie ihr Sachen im Haus reparieren könnt und dass ihr fähig seid, um euch selber zu kümmern und gegenseitig. Ich hoffe, mit der Zeit, wenn ich verstorben bin, dann werdet ihr fähig sein, um euch selbst zu kümmern und sicher sein und dieses Land quasi bewirtschaften können, glaube ich, oder so. Dieses Haus war mein Zuhause, jetzt ist es eures und ich hoffe, es wird auch das Zuhause eurer Kinder sein eines Tages. Ich hoffe, ich habe euch all die Werkzeuge gegeben, die ihr braucht, um diese neue Möglichkeit zu nutzen für eine hellere Zukunft. Ich werde euch immer lieben. Dad. Sie nach Emma. Wir sollten die scheiß Tür aufbrechen, ey. Sie liegt wieder hier. Ich dachte, du bist am Malen. Ich fühle mich nicht danach. Es ist scheiße, dass wir kein Kabelfernsehen hier draußen kriegen, aber ich werde einen Film für dich dran machen. Ich habe gesehen, dass hier irgendwo eine Kiste mit Videotapes rumlag. Mal sehen. Lass uns danach suchen. Mach einen Film an. Ja. Ein Glück, weil der Schaui so schlau und hat schon mal nachgeschauiht, ne? Jetzt wissen wir nämlich, wo wir gucken müssen. Müssen wir gar nicht großartig suchen. Okay. Take. So, was ist das hier? Videotape. Ein Film, den ich für Emma anmachen kann. Hoffentlich hilft's. Insert. Mach den VHS-Player erst an. Okay. 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 Ich glaube, wir müssen noch auf Play drücken, ne? Dick and Larry. Ah, da bist du ja. Hey. Jollyfish. Du sollst Fernsehen gucken, Mädel. Ja, sie guckt sogar wirklich Fernsehen. Ist ja irre. Gerade irgendwann sie mich noch angeguckt. Und jetzt? Ja, ist cool gemacht auf jeden Fall. Okay. Müssen wir vielleicht nochmal in Dad's Room oder sowas? Oh, ach okay. Ich soll noch mehr lesen, nachdem ich den Film angemacht habe. Falsches Zimmer. Huch! Gott. Lass mich raten, das Buch ist weg. Nein, es ist immer noch da. Ich werde diese Tür zu machen. Okay. 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 Grimoire, Kapitel 4. Ist das verwirrend mit der Musik da unten? Totem, äh, Zauberspruch und verhexte Träume. Ich habe mehr Zeit in meinem Haus verbracht, als, äh, weg von meinem Haus. nach Dingen zu suchen und die Historical Society Literatur zu durchsuchen für Wege, um meine Blutzauberei ohne das Risiko von, ähm, ja, tatsächlich jemandem physikalisch das Haus zu betreten einzugehen. Während ich das Grimorium Verum gelesen habe, äh, bin ich über ein Konzept von Totems gestolpert und die regionalen Einflüsse, die sie haben können. Ich habe weitergemacht und habe mich durch diese Bücher gesucht und Grimors für mehr Informationen, ja, bevor ich etwas Interessantes in dem Buch von Honorius gefunden habe. Man kann Einfluss nehmen, ohne die physikalische Form einzunehmen, äh, durch eine Methode, die sich Totem Zauberspruch nennt, ähm, auf ein Stück Land oder ein Gebäude. Während, äh, unsere materielle Welt nur wenig, äh, von dem Willen dieser Zauberei, äh, ja, beeinflusst werden kann, ist das Phänomen von verhexten Träumen, ähm, eher besser, ja, aufgezeichnet. Ähm, der Sinn von verzauberten oder verhexten Träumen liegt darin, mit denen zu kommunizieren, die, die verwunschene, ja, das verwunschene Gebiet betreten haben, um diese, die das betreten haben, ähm, ja, zu schaden oder vielleicht sie zu benutzen, um die Arbeit für die Hexe auszuführen, die sie nicht ausführen kann oder nicht ausführen will. Selbst der Geist von Hexen, die schon lange tot sind, können, ja, einen großen Einfluss durch diesen Zauberspruch haben. Äh, allerdings ist es nicht ohne, ja, Hindernisse. Äh, während man die Träume des Schlafenden betritt, können die diese Zauberkraft ausführen, vielleicht versehentlich die eigenen Gedanken der Hexe und Erinnerungen, ja, ja, ungewollt freigeben. Okay. Der Gedanke daran, äh, meine Arbeit durch die Sicherheit von Träumen auszuführen und quasi meinen Einfluss selbst nach meinem Tod, ähm, ja, auszubauen, ist einfach zu verlockend, es nicht zu versuchen, aber damit zu experimentieren. Meine Schweine und ich haben angefangen, diese Totems zu machen, genauso wie sie beschrieben sind. Ich glaube, dass ich den Schlüssel dazu gefunden habe, wie ich meine, äh, Arbeit von, von weiteren Neugierigen verstecken kann. Lucilia M. Deswegen liegen da die Totems rum. Also, sie kann dann quasi diese Gegende, diese Gegenden kontrollieren, selbst nach dem Tod, aber nur in den Träumen der, der, der Leute, die sich in dieser Gegend befinden. So habe ich das verstanden. Oh. Oh, ich glaube, das kam von unten. Seltsame Geräusche. Oh, ist schon wieder Nacht hier. Was? Oh, ich denke, ich sollte mal eine Laterne nehmen. Jus. Okay. Das UI ist ein bisschen komisch, aber das basiert, glaube ich, tatsächlich auf so einem Framework. Das habe ich auch schon mal in anderen Spielen gesehen. Ich will Emma nicht aufwecken. Ja, ja. Es riecht nach verrottendem Fleisch. Vielleicht Schweinegesichter. Das Swine war ja so ein kleines Minigame, so eine Art Spin-Off. Die haben wir ja auch nachts besucht. Mal sehen. Die Lampe ist umgekippt. Wie kann das denn sein? Es ist zu spät, um nach draußen zu gehen. Wenn du was sagst. Wenn du was sagst. Scheiß Deal. Die muss ich unbedingt reparieren. ist schon nichts. Hallo? Ich hänge im Klo fest. Okay. Was soll ich denn hier machen jetzt? Was soll ich hier bügeln? Das ist der wahre Horror. Ach! Ja, Mensch. Gar nicht gesehen, ey. Emma, was machst du hier unten? Warum hast du Jacke und Schuhe an? Ich glaube, sie schlafwandelt. Komm mit mir mit. Ich bring sie zurück ins Bett. Ah, wie geil. Ja, wie geil. Ja, genauso gehen Schlafwandler. Genauso. Komm zu mir. Aber warum riecht es nach rottendem Fleisch hier. Nach verrottendem Fleisch. Was zum Teufel? Komm einfach. Schätze, Kim. Okay. Ja. Alles klar. Was für eine verrückte Nacht. Ich fühle mich, als ob ich meinen Verstand verliere. Ich soll sie nach Emma sehen. Sie nach Emma. Ist eh nicht da, wetten. Tada! Hat sie wieder was Gruseliges gemalt? Nö. Die letzte Kette ist immer noch dran. Hier ist Emma auch nicht. Dann muss Emma unten sein. Emilein! Ah, sie hat schon Frühstück gemacht. Naja, nur für sich. Undankbare Schwester. Spiegel. Alles klar. Bist du schlafgewandert letzte Nacht, weißt du? Hab ich? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich wusste nicht, dass du das gemacht hast. Vielleicht bist du der Grund, dass du das kannst. Vielleicht bist du der Grund, warum hier das ganze Knacken und Klopfen in diesem Haus sind während der Nacht. Vielleicht. Wir werden das durchführen, Emma. Dad will uns zusammenhalten und dieses Haus uns machen. Wir schaffen das zusammen, Emma. Dad wollte, dass wir, ja, zusammen sind und zusammen dieses Haus zu unserem Haus machen. Ich weiß. Kannst du das Getreideute wässern? Ich werde etwas Holz hauen, nördlich vom Haus. Es war wirklich eisig kalt letzte Nacht. Holz hacken! Job Firewood. Ah. Eine Soda und ein Eierbrot. Na, mal sehen. Nördlich vom Haus. Also im Prinzip hier irgendwo bei der Brücke. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ah, unsere drei Hühner, du. Wen nenne ich euch denn? Hedwig? Isabella und, äh, Gudrun. Nicht durcheinander laufen, sonst kann ich euch nicht mal auseinanderhalten. Okay. Nördlich. Gibt doch nichts Schöneres, als bei Regen Holz zu hacken. Oh, guck mal, hier ist schon Holz. Warum muss ich denn Holz hacken, wenn hier Holz liegt? Das ergibt doch keinen Sinn. Whatever. Machen wir einfach, was das Spiel sagt, nicht wahr? Das ist eine schöne Brücke. Oder was soll das sein? Wer kennt es nicht, diese riesigen Engelsstatuen, die plötzlich im Wald sind? Das ist ganz normal. Okay, müssen wir über... Da ist der See. Das ist diese Brücke. Oder ist das diese Brücke? Das ist der Paar, fahrt nach Greenwater Gardens. Ich gehe das andermal dahin. Nördlich. Sind wir hier nicht richtig? Wo muss ich denn Holz hacken? Wir brauchen Holz. Wahrscheinlich, vielleicht muss ich es doch einfach nur holen von dem Stapel. Muss hier nichts hacken, hä? Das wäre auch sinnvoll. Warte mal, da muss ich hin. Aber ich habe jetzt nicht so ein Symbol gesehen, dass man da Holz nehmen kann. Na, mal sehen. Äh, hier. Warte mal. Nee. 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 Nördlich vom Haus. Das ist ja dann eigentlich eher hier so, ne? Also. Westlich. Da ist eine Brücke. Wo soll ich denn hier Holz kloppen? Ich verstehe es gerade nicht. Normalerweise hat es immer gepasst hier. Ich gehe da nochmal lang. Oh, muss ich hinterm Haus gucken oder sowas? Hier ist ja auch keine scheiß Axt oder so. Ich bin zu doof für das Spiel. Okay, ich gehe nochmal zurück. Und guck mal hinterm Haus. Dann hätte sie ja gesagt hinterm Haus. Vielleicht doch irgendwo hier. Jetzt hier an so einem scheiß Baum. Hier liegt doch Holz, ey. Chop Firewood. Chop, chop, chop. Vielleicht auch in die Richtung. Ich gehe mal hier hin. Hier ist aber auch nichts. Ich gehe mal komplett hier auf den Berg. Warum nicht? Ich komme da nicht weiter. Schade. Okay. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe mal mal ums Haus, ob ich irgendwas sehe. Hier sind noch Kisten. Hier ist das Grab, ne? Hier ist das Grab, ne? Da ist noch was. Wie groß das alles hier ist. Okay, ich gehe nochmal zum Haus zurück Nichts finde Schau, was von Wo ist das Haus? Hier ist das Holz Okay, komm Nördlich Wenn das der Kreis ist Und wir waren im östlichen Village Das war hier Hier kommen wir nur hier hin Wo soll das scheiß Feuerholz sein? Ich verstehe es nicht Es müsste da sein In die Richtung Okay, nochmal gucken, ob ich eine Axt finde im Haus Das ist doch die einzige Sache, die ich vielleicht Beachten muss Dass ich eine Axt nehmen muss Die könnte da hinten bei den Werkzeug liegen Die ich da abgelegt habe Aber hier ist keine Axt Das ist ein Rasenmäher Milchkannen Hier ist nix Da ist nix Ah, hier Ah, hier Was Take Ah Okay Oh Warum habe ich so männliche Hände auf einmal? Okay, was muss ich jetzt Wahrscheinlich da hinten, ne? Hier? Cut down tree Okay Baum fällen Puh Okay Bring das Holz nach Hause Sieben Holzdinger Alles klar Daddy? Hat da jemand gerade meinen Namen gerufen? Es klang so, als ob es nördlich von hier kommt Ach, darf es dir Das Ding Trinity Spellbock Dreifaltigkeits Zauberbuch Sieht aus wie das Tagebuch von jemandem Aber auch wenn nur eine einzige Seite übrig ist, die nicht rausgerissen wurde Der Dreifaltigkeits Zauber Spruch Na Nun Oh, du Namen Du Geist mit Namen Vollständiger Name der Hexe With your first breath come of Wo die Hexe geboren ist Bound unto tree Thie 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 Of which Also wer Bezogen ist Der Hexe By the Lord Thou art Bound back to blood And went Henceforth To their natural grave Okay Also bei Der Herr möge dich wieder zurück an dein Blut binden Und in dein Natürliches Grab Zurück Sieht aus ob jemand etwas mit einem Stift direkt unter dem Zauberspruch geschrieben haben Du bist nicht sicher Äh Verwahr dies sicher auf Und sag es niemandem Dein Freund Aus der Dem östlichen Dorf Ah Guck mal Bei wem geholfen haben Alles klar Genug Genug Holz heute Jetzt Ab nach Hause Man kann doch eigentlich nie genug Holz Vor den Hütten haben Oder? Damit es warm ist Äh Warte mal Norden Ich muss in die Richtung Zurück in das Weatherby Haus Ähm Fülle Das Kaminholz Wieder auf Wahrscheinlich Beim Kamin Ah ja Okay Sonst noch? Macht er auch noch Macht das Feuer an Guck mal Das habe ich alles getragen Hier Feuer anmachen Wenigst muss ich noch ein Feuerzeug finden Oder ein Streichholt Oder so Oh Das Feuer sieht aber Okay aus Beende das Grimorbuch Alles klar Mal sehen Was jetzt auf uns wartet Hier Dann wird sich auch das letzte Tor öffnen Was macht denn unsere Schwester hier? Ah Sie zeichnet Ah ich kann auch mit ihr reden Hey Emma Hey Emma Wie war dein Tag? Emma sagt nichts Ich bin in meinem Raum Falls du mich brauchst Hat nichts gemalt hier Hat nichts gemalt hier Ich muss das Hexenbuch weiterlesen Vielleicht bin ich aber auch die Hexe Die Reinkarnation oder irgendwie sowas Grimor Kapitel 5 On Vessels and Possessions Vessels weiß ich nicht Possession heißt Besessenheit In den letzten Jahren glaube ich Dass ich wirklich was aufgebaut habe In dieser Stadt Die Historical Society Funktioniert nun als ein Haus Das quasi meinen Studien gewidmet ist Und wir hatten schon zwei weitere Mitglieder Die uns Ja Beigetreten sind Sodass quasi meine Meine Bediensteten Zu sieben geworden sind Auch wenn es da immer noch Ein Teil von mir gibt Dass ich weiß Dass ich dem Dem ich nicht trauen kann Schätze ich Dass Ähm Die Mitglieder Alle unglaublich Loyal Loyal zu mir sind Ähm Keiner ist so Ja Keiner ist darauf so besessen Wie ich Am Am Craftwork Also An Hexerei Arbeit Oder sowas Ähm Die Träume derer zu verhexen Die in der Stadt Äh Sind Und durch diese Äh Zauberspruch Totems Äh Ist quasi eine Ja Langsame Studie Und Es macht mir Sorgen Dass in einigen der Mitglieder Die selber verhext wurden Dass die selber verhext wurden Während Sie schlafen Ich kann einfach nicht Selbst ehrlich mit Ihnen sein In mit meinen Ja Motivation Äh Da die finale Stufe Dieser Traumarbeit Immer Der Akt Der Besessenheit ist Und Äh Auf lange Sicht gesehen Ist es ein Nicht verzeihlicher Akt Wenn genug Einfluss Äh Konsistent Äh Auf ein Individuum Gesetzt werden kann Während es schläft Dann Ähm Kann ich Mich seiner Kraft Bemächtigen Und es erlaubt Mir Ihren Körper In Form von Schlafwanderung Zu nehmen Dann kann ich Quasi jede Art Von nötigen Ähm Ja Zeremonialen Magie ausführen Die ich brauche Also Habe ich diese Totems Überall in der Stadt Versteckt Ohne dass jemand Weiß Das wird Ähm Mein Schalter Mein Toter Manns Schalter sein Um Mein Einfluss Weiterhin Beizubehalten Ohne Die Loyalität Meiner Schweine Falls sie Es nicht schaffen Dann wird Äh Eine andere Form Diese Stadt Übernehmen Während sie schlafen Und meine Arbeit Mit ihren Körpern Erledigen Nusilla M Ah So wie unsere Schwester Ich meine sie ist ja auch Geschlafwandelt Hat sie wahrscheinlich In ihren Träumen Das Aber Ich wahrscheinlich auch Ich hab ja auch diese Diese Albträume Also hat sie mich Wahrscheinlich auch Possessed Ne So wie jetzt Ach guck mal Halleluja Wo bin ich Ich hab diesen Ort Noch nie gesehen Das ist die alte Laterne Irgendwann ist es jetzt Aufgegangen Ach das Tor We meet in secret At the Historical Society In the Eastern Village It's only come at night Knock three times Then six times Then two times This is our signal To one another Okay Wir treffen uns Im geheimen In der Historical Society In der östlichen Im östlichen Dorf Also komm nur nachts Klopf dreimal Dann sechsmal Dann zweimal Das ist unser Signal Um uns erkenntlich zu machen Okay Das wäre übrigens Ein Satz Den ich eingesprochen habe Aber da gibt es noch mehr Ich habe quasi alles Eingesprochen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Vielleicht sind wir ja doch Noch dabei Aber vielleicht war es auch Zu schlecht Wer weiß Wo muss ich denn jetzt Wohl hin Muss ich hier lang Muss ich da Ich glaube ich sollte Nicht von dem Pfad Weg gehen Achso Ich muss den Kerzen Folgen Natürlich Wie kann ich nur so blöd sein Oh kann ich hier gucken Was ist das denn für ein Generator Klemmt Kann ich nicht öffnen Sind das Erinnerungen Da sind diese Dinger Können wir die nehmen Wahrscheinlich muss ich mir den Weg merken Oder so Oh Ein Boot Oh oh Sie ist tot Markus Du hast ja ertrinkt Ich wollte sie nur Für diese Hexerei Äh ja Angst machen Wirf den Körper zurück In den Fluss Und Verbrenn ihre Stiefel Zieh etwas an mit Und verbrenne diese Stiefel Zieh etwas anderes an Mit einem anderen Aussehen Von jetzt an Don't tell anyone Sag es keinem Okay eine Chance haben wir noch Ich weiß wo das hin Äh wo das hin führt Weil ich habe diese Sätze eingesprochen Sehr cool Also Ich habe sie eingesprochen Aber sie wurde nicht verwendet Nicht cool Aber Cool das jetzt wieder zu sehen Ich hatte ja keinen Kontext oder so Okay Wir haben sie im Fluss gefunden Sie haben eine Person Vorbereitung für die Vorbereitung Könnte das der Grund Könnte das der Grund sein Warum Emma und ich diese Träume haben Haben sie die Zeremonie vollendet? Das Ritual Zeremonie Ritual Die haben sie aus dem Grab geholt Sieht sumpfig aus hier Hallöchen Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Nucilia Und was ist das für ein Kind? Oh Das Ritual Wir haben eine Besucherin Vielleicht will sie unsere Geheimnisse kennenlernen Was ist unser Signal, junge Frau? Tschüss Warte mal Ich muss da erst dreimal, oder? Three times Oder nicht? Welcome Welcome Willkommen Ich denke, ich werde die anderen Türen nicht berühren Oh Ein Ereignis Hat dein Schicksal verändert Was? Ich wollte mich da noch umgucken Okay Keins meiner Eingesprochenen Sätze wurde verwendet Schade Aber ich hab's mir schon fast gedacht Das heißt wieder das klopfen Tür ist auf diesmal Die Tür ist auf Die Tür ist auf Die Tür ist auf Oh, die letzte Kette Aber warum ist da ein Kreuz vor? Soll sie das irgendwie Abhalten? Sie ist jetzt frei So frei wie ich Ich kann tanzen Das ist gut, dass ich kann mich bei Jumpscares dann immer unterm Tisch verstecken So, weißt du? Also Weil ich denke, dass sie kommen Wenn ich also hier versinke, dann Na, ihr kennt das ja sicher Aber jetzt sind wir wieder auf 40 Grad geheizt mittlerweile So, der Rechner ist aber auch am Pusten Wie sau Was war's für ein Geräusch? Untersuche das Geräusch Mein Gott Wie da so viele Fliegen hier Ja, ich muss bestimmt wieder meine Laterne nehmen Mit endlos Öl Das Grimoire ist auch weg Oder hab ich's irgendwie neben meinen Ne, hab ich nicht Ich werde zuerst das Geräusch untersuchen Soll ich mich eigentlich hier Der Boden ist nass Oh, weil sie im Fluss ertränkt wurde Wir können mal sehen, was jetzt in dem Raum ist Hat sie hier die ganze Zeit gelebt? Nein, nein, nein Das muss das Haus gewesen sein In dem sie Lucilias Körper gebracht haben Nachdem sie ertrunken ist Warum ist ihr Körper immer noch in unseren Wänden? War's nicht ihr Plan Sie zurück in ihr Haus zu bringen Und irgendeine Art von Zeremonie auszuführen? Und wo zur Hölle ist sie? Ihr Körper steht nicht einfach auf und geht rum, oder? Emma 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 Ihre Jacke ist weg Wo ist sie hingegangen? Trinity Spell and Shotgun I don't know what I'm dealing with I should take both Okay, den Dreifaltigkeitsspruch und die Shotgun Ich weiß nicht, womit ich Mit dem ich zu tun habe Ich sollte Tobias nehmen Und finde Emma Und zerstöre Lucilas Körper Lucilas Einfluss hat Emma genommen Ich muss sie beide finden Okay, Shotgun Und Den Zauberspruch habe ich bestimmt hier irgendwo, oder? Ne, der ist das nicht Der auch nicht Wo ist dieser scheiß Zauberspruch? Auf meinem Schreibtisch Ne, das Grimoire ist weg Was zur Hölle passiert hier? Okay, ich habe das Spellbook Jetzt muss ich nur rausfinden, wo die Waffe ist Die Shotgun Vielleicht in Dads Room In der Kiste? Nein Okay Auch nicht in dem Schrank Wo würde ein guter Vater eine Waffe aufbewahren? Oh, ich habe eine Idee Im Scheißhausschrank Na, schade Okay Waffe finden Waffe finden Waffe, Waffe, Waffe Ah Überm Kamin natürlich Yes Um sicher zu sein Finde Emma und zerstöre Lucilias Body Körper Lucilias Einfluss Okay Kann ich jetzt diese Waffe eigentlich hier usen? Ne Okay Okay, nach draußen gehen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich muss ich jetzt nördlich Diese Oh nein, die Hühner sind frei Was hat sie getan? Diese Hexe Wheelbarrow ist gone Wheelbarrow ist gone Looks like the tracks are going straight away from the house Was? Wheelbarrow is gone Keine Ahnung, was sie denn meint Straight away from the house Greenwater Gardens Nördlich vom Haus Mensch Ich weiß, so hieß sie nicht Jetzt ist hier Henrietta Das Taschenhuhn Oh Ihre Bilder Wir müssen den Bildern folgen Greenwater Gardens War hier nicht irgendwie was noch? Eine Kiste beerdigt oder so? Hier ist wieder ein Bild von ihr Aber sie hat eine Spur gelegt, damit wir ihr folgen können Das Tor ist jetzt auf Ihr müsst denn jetzt Hier hinkommen Das ist so eine Art Friedhof Und hier geht's auch noch lang Zum Haus der Hexe Vermutlich Greenwater Gardens betreten Das ist vielleicht so ein Sumpfgebiet Ich meine, das sah ja auch nach Sumpfgebiet aus Wo wir gerade waren in diesem Traum Gut möglich Greenwater Gardens Die Laternen sind wieder da Ist dieser Schatt Also der Einsiedler hier Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann Aber es ist alles Was ich habe Shack Also so eine Art Stall Hütte Recreation Area Greenhouse Grün Gewächshaus Recreation Area Keine Ahnung Werkzeug Schuppen oder sowas Greenwater Park Und Graveyard Friedhof und Ausgang Okay Gehen wir mal zuerst zum Check Schuppen oder Scheune oder Hühnerstall Abgeschlossen Okay Achso Wir sollen ja den Laternen folgen Oh Ich glaube ich habe diesen Ort schon mal gesehen Hey, da ist Nee, wer ist das? Okay Andrew, könnte das Lucilias Sohn sein? Der, mit dem sie im Wald gesprochen hat? Okay Das Brückentor wurde geschlossen Von deiner Schwester geschlossen Aber mach dir keine Sorgen Dein Freund erinnert dich Sich Es gibt einen Ersatzschlüssel Geh in die Mitte des Von Greenwater Gardens Öffne das Haus Der Maschinen Indem du das Passwort Thorne benutzt Die drei Räder von dieser Maschine Sind schon seit vielen Jahren verloren Aber ich kann mich Noch ein bisschen erinnern Wo sie sind Ich habe auf allen Karten hier In dem Garten Äh, es niedergeschrieben Um dir zu helfen Sie zu finden Mach die Maschine an Und öffne Äh, jedes Center Des Gartens Äh, grab Das Grab aus Unter der Engelstatue Und du wirst den Brückenschlüssel finden Deine Schwester braucht deine Hilfe Sie ist quasi besessen Äh, von einer bösen Von einem bösen Einfluss Von dieser Stadt Ähm, jemand Der mal Einen sehr nahen Freund von mir besessen hat Jetzt ist sie die Trägerin Und verrottet Äh, was? Jetzt ist sie die Trägerin Und verrottet In einem Wheelbarrow Von deiner Schwester In einem sehr dunklen Ort Äh, falls du deine Schwester Nicht erreichen kannst Bevor sie in dieses Haus geht Hau einfach ab Ähm Du kannst Kannst es eh nicht verlassen Wenn du es nicht tust Dein bester Freund Das Shut-In So wie du mich immer nennst Also der ein Einsiedler Okay Also ich muss Zahnräder finden Die er hier markiert hat Graveyard Bridge Key Turn on the Machine Recreation Area Und Greenhouse Und wir sind hier Also wir müssen Zum Graveyard Zum Friedhof Okay, hier ist der Friedhof Ah ja Das Vorne war das Passwort, ne? Äh, Moment Ja Locked Box Dig me up Grab mich aus Ich will das ja öffnen hier Put away Rotate Warte mal Vielleicht weil ich was in der Hand habe Ich kriege den Mauszeiger nicht hin Normalerweise müsste man hier den Mauszeiger kriegen Okay, vielleicht kann ich es einfach noch nicht machen Versuchen wir mal andere Sachen Gewächshaus Natürlich Machen wir auch ein Schloss Rebuild Area Neubau Gebiet Hier Sag nicht, wir kommen da nicht rein, ey Es ist ein scheiß Bug, ey Es ist überall ein Schloss vor Ach, Mann Und in der Mitte ist diese Maschine Die wir anstellen sollen Ach so Wir müssen erst hier thorn Ah Wir müssen zuerst da hin Bridge Key Ach so, der Schlüssel ist in dem anderen Ding Wir müssen eins nach dem anderen machen Okay Machine Worlds Wir brauchen drei Drei Räder Ah Ground Keepers Key Wofür? Check Okay Wir müssen zum Check Das war wo? Ich glaube hier irgendwo Irgendwo im Eingang Das hier Das hier Das ist der Friedhof Ähm Hier runter und dann links Irgendwo Nee Das ist das Greenhouse Irgendwo hier Friedhof Äh, bin ich doof Jetzt wird es hier wieder von Pontius nach Pilatus Da hinten muss das sein Hier ist das Boot Das da Mensch Greenhouse Key Recreation Key Die Schaufel Ausgraben Am Friedhof Bridge Key Im Park Da Okay Oder doch am Friedhof So habe ich zumindest verstanden Hier Also doch, ne? Ich kann nicht glauben, dass ich das tue Was ist das? Was ist das? Oh Ist das ihr Körper, den ich zerstören muss? Es rennt immer, aber läuft nie Es rennt immer, aber läuft nie Es rennt, 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 aber ich bin Ja, ich kann nicht mehr Es rennt immer Es rennt immer, ich bin mir Es rennt immer, ich bin mir Es rennt immer, ich bin mir Also irgendwas, was wegläuft. Ach, ein Fluss. River. Ein River kann ein Mouth haben, glaube ich. Denke ich mal. Und ein Bett, ein Flussbett. River. Ist ja logisch, weil sie da weil sie da ja versenkt wurde drin. Achso. Oh, oh. Okay. Huch. Das erste Teil haben wir. So, okay. Dann gehen wir mal in das nächste Gebäude. Das Greenhouse. Also das Gewächshaus. Hier kommt das Gewächshaus gerade bekannt vor. Aus einem anderen Spiel. Ich glaube, das ist ein Asset. Wie hieß das Spiel nochmal? Und das war irgendwas mit so Raben. Rise of Insanity oder sowas. Rise of Insanity. Kann das sein? Toll. Sieht so aus wie eine ausgerüstete Seite aus. Lucilla's Grimor. Ich dachte, ich hätte es in der Nacht gesehen, als ich den Boden unter meinen Füßen verloren habe. Ich kann immer noch die Präsenz meines verlorenen Sohnes Andrew in diesen Wäldern spüren. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich er war oder irgendeine Art von Teufel oder ein Mix von den beiden. Aber als ich durch diese zwischen diesen Bäumen gewandert bin spät in der Nacht habe ich gefühlt, wie er mich aus der Dunkelheit angelotzt und ja comforting to me. Okay. Das ist an. Da ist er wieder. Hallo Andrew. Weg ist er. Wer hätte das ahnen können? Okay. Abgeschlossen. Da ist Strom. Wahrscheinlich sterben wir. Permadeath. Wie kommen wir denn da rein? Da ist das Rad auf jeden Fall drin. Okay. Die Kabel setzen den Zaun unter Strom. Ist zu gefährlich, näher zu gehen. Ach, so ein schönes so ein schönes Schiebubrätsel hier wieder. Warum auch nicht? Scheiße. Ja? Oh ne, ey. Okay. 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 Nicht. Okay. Fuck, ey. Wer denkt sich denn so ne Scheiße aus hier? Okay. Das passt schon mal. Nicht. Das passt. Okay. Das passt. Was muss denn hier unten hin? Das hier. Ja, das ist da. Ja, das ist da. Nee, das gehört da hin. Nee, das gehört da hin. Oh Gott, ich hasse. Ich hasse es einfach. Doch, das gehört da hin. Doch, das gehört da hin. Aber das gehört doch nicht da hin, oder? Das gehört doch nicht da hin. Geht das nicht da hin? Nee, das gehört auch nicht da hin. Geht das? Das gehört auch nicht da hin. Das gehört dahin. Das gehört auch dahin. Okay. Hier gehört noch was zwischen. Das hier. Ah. Okay. Utility Shad Key. Ah. Okay. Das ist hier. Hier. Irgendwo. Hä? Warte mal. Wo bin ich denn rausgekommen? Hier bin ich rausgekommen. Da muss ich hin. Hallo? Okay. Endlich. Das zweite Rad. Habe ich überhaupt noch genug Platz hier? Ja, ein drittes kann ich auch noch nehmen. So. Nichts wie raus hier. Weiter geht. Geht's. Der Satz da unten geht nicht weg. Ist nicht schlimm. So. Wir müssen noch in. Hier. Genau. Diese Construction Rebuild Area. Oder was das ist. Da kriegen wir das dritte Rad her. So. Müssen wir da lange drücken. Ja, mein kleiner Engel. Du schon wieder. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Schalterrätsel. Ja, hier hat der Entwickler alles rausgehauen. Okay. Uh. Da schwingt die Laterne. Oh, ein Pool. Aha. Oh. Wie viel mal gleich 40? 5 mal 8. Okay. 40 plus wie viel gleich? Plus 6 gleich 46. 6 mal wie viel plus 72? Ähm. 48 wahrscheinlich. Wie viel dann? 6 mal? 4 mal. Mein Gott. Das hat auch gedauert, ey. Ah, das pumpt das Wasser vom Pool ab. Ah, und da ist das Rad. Sehr gut. Dann haben wir alle drei Räder. Dann machen wir die Maschine an. Und was müssen wir dann machen? So, alles klar. Ähm. Wo ging es hier raus? Hier, glaube ich. Gut. Diese dämliche Dampfmaschine war wo? Irgendwo hier vorne, glaube ich. Weiß ich hier? Nee, von da bin ich gekommen, glaube ich. Turn on. Die muss irgendwo da sein. So, da war dieser Schuppen. Links gleich der... Friedhof. Okay, wo war's denn, ey? Ist doch... Das Tor. Da? Okay. Ah. Der Friedhof. Da müssen wir jetzt hin. Hab ich noch die Schaufel? Graveyard. Graveyard. Das ist doch eigentlich Graveyard. Warte mal, hier... Hier, wo gab's hier noch ein Tor? Hä? Warte mal, ist das... Ich stand schon davor. Warte mal. Ich glaube, die Karte passt nicht ganz. Wo war dieses verdammte Tor? Ja. 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 Das war das nicht. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Da war noch ein zweites Tor. So, wir sind hier. Das, das, das. Turn on the... Bridge Key. Ah, warte mal. Wir müssen rechts. Jetzt weiß ich's, glaube ich. Dann hier hinter diesem, diesem Ding da. Das ist das Tor. Hier müssen wir rein. Hier gibt's jetzt den Ausgangsschlüssel. Oh! Okay. Nochmal ausgraben. Also ähnliches Phänomen, gerade wieder wie bei Hartham. Das Spiel wird auf jeden Fall schwächer zum Ende hin. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil halt hier, ähm, jetzt alles nochmal rausgeholt wird, was man eigentlich schon hatte im Spiel. Das muss der Brückenschlüssel sein, den der Einwohner genannt hat. Jetzt nichts wie raus hier. Nicht wie was. Da. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zum Haus der Hexe. Für das Grand Final. In die Wälder. Traveller. The Woods. Die Wälder. Wenn ich jetzt mal auf der Karte gucke, wir gehen jetzt quasi hierher. Hierher. Ach, ist das immer da, wo wir gerade sind? Okay. Hier ist die zweite Brücke. Oh, da müssten wir eigentlich zu ihrem Haus kommen. Schön, dass hier immer so Parkbänke sind. Das ist wie ein Spaziergang quasi. Ah, ja. Schön. Hallo. Sohn. Sign the Ledger. Permament. Okay. Was soll ich unterschreiben? Muss ich das unterschreiben? Permanent? Kann ich noch eine Alternative wählen? Hier bin ich hergekommen, oder? Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Warte mal. Ich gehe mal weiter. Sign the Ledger. Oder ist das quasi dieser Fluch, den wir ausführen müssen, um sie zu vernichten? Ich weiß es gerade nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Nein. Da ist ja ihr Symbol drauf. Nee, wir gehen jetzt weiter. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Der Engel weist den Weg. Ah, hier geht's weiter. Bist du hier richtig? Ja, anscheinend schon. Ich denke, du weißt jetzt. Ich stelle denke, du weißt jetzt, dass ich Lucila geholfen habe, den Mann zu töten, der in deinem Haus gewohnt hat, bevor eure Familie eingezogen ist. Weswegen wir ihren Körper in euren Wänden versteckt haben, nachdem sie ertrunken war. Und wir waren dabei, die Zeremonie zu planen und zurück ins Leben zu holen, während ihr gerade in euer Familienhaus reingezogen seid. Aber warum zur Hölle war sie immer noch da? Was zur Hölle sie da auch gemacht hat, hat sie sich an uns, ja, gefüttert, seit wir eingezogen sind, gefressen? Ich habe mich durch die Gewalt in dieser Nacht in deinem Haus verändert, nachdem mein Gesicht so stark verwundet war, wusste ich, ich konnte nicht Teil von diesem sein. Nachdem wir ihren Körper versteckt haben, hatte jeder die Anweisung, hierher zu kommen und die Zeremonie vorzubereiten. Aber ich bin weggelaufen, habe mich eingesperrt und ich habe darauf gewartet, bis sie kommen. Und seitdem habe ich darauf gewartet, bis sie für mich kommen, wegen mir kommen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ihr Körper immer noch in eurem Haus war oder warum ich immer noch am Leben bin. Ich kann mir vorstellen, du liebst deine Schwester sehr, aber dreh dich um und geh einfach. Vergiss, was heute Nacht passiert ist und rette wenigstens dich selber. Es ist keine Schande, wegzulaufen. Nö, ich gehe weiter, auch wenn ich ins Verderben renne. Ich habe die Shotgun. Ach, the wheelbarrow ist eine Schubskarre. Weißt du Bescheid? Das ist hier das Haus betreten. Ich weiß nicht, ob wir dieses... Viel Glück. Ich weiß nicht, ob wir dieses Dokument hätten unterzeichnen sollen. Ein Ereignis hat dein Schicksal verändert. Ob das quasi das war, was wir gefunden haben? Lusillas Haus. Achso, wir müssen Lichter machen, ne? News. Oh, da liegt einer. Es riecht schrecklich hier drin. Ich glaube, er ist tot. Lucillas Wein, den, den sie vergiftet hat für den Fall, dass sie betrogen wird. Sie wussten es nicht und haben ihn getrunken, bevor sie ihren Körper hier wegschaffen konnten. Das ist also der Grund, warum die Zeremonie niemals stattgefunden hat. Holzbox, können wir sie irgendwie öffnen? Scheinbar nicht. Ah, ja. Okay. Muss ich ja noch mehr Karten finden. Das haben wir hier genommen. Bedroom Key. Emma muss irgendwo in diesem Haus sein, mit ihr. Sieht abgeschlossen aus. Mit irgendeiner Art von elektronischem Schloss verriegelt. Okay. Vielleicht müssen wir erst mal hoch. Uh. Der Engel zeigt auf die Uhr. Oh. Ah, noch einer. Tja, ziemlich beschissen gelaufen. Ne? Mit euch. Hättet ihr mal den Wein nicht getrunken. Ah. Eine Ornament, gute Gott. Hä? Hä? Noch mehr Engelsbilder hier. Noch eine Karte. Noch eine Karte. Geschlossen. Ah, guck mal hier. Okay. Damit sollten wir vielleicht unten durch das Tor kommen. Okay. Okay. Ah ja. Dann brauchen wir noch zwei weitere Karten. Was ist das? Ah. Schwarzlicht. Okay. Vielleicht finde ich ja noch raus, wofür das ist. Ist das nicht das Haus von The Swine? Doch, das könnte sein, ja. Sieht so ähnlich aus. Bathroom Key. Ja, natürlich. Hier gibt es ja was wegzumachen, ne? Sag ja, dieselben Scheiß-Rätsel wie die ganze Zeit. Na gut, die Rätsel sind ja nicht schlecht, aber... Ich glaube, oben war der Ballzimmer-Schlüssel. Und dann wirst du jetzt halt wieder von Pontius nach Pilatus hier geschickt, ne? Um... Jetzt wieder eine Tür zu öffnen, und so. Ah, das ist Crowbar. Gibt es hier noch eine Karte? Find the Hammer of Witches. Finde den Hexenhammer. Okay, gibt es hier keine Karte? Hier gibt es keine Karte. Wie viele? Sieben Schweine ist das, ne? Eins. Zwei. Er ist weg. Okay. Der latscht ja auf jeden Fall rum, ne? Es sind sieben. Also hier sind die anderen zwei. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe... Cecilia hat gewünscht, dass wir ein Ritual übersetzen und es ausführen. Weil es das erste Mal... Es könnte das erste Mal sein, dass es in der heutigen Geschichte benutzt wird. Wir haben alles vorbereitet, was gebraucht wird. Und haben unsere Rollen quasi eingenommen. Ähm, ich habe den Platz im Keller, ähm, ja, vorbereitet. Ich habe ein bisschen Wein entdeckt, der in einer der Schränke versteckt war. Ähm, in dem Geist auf, äh, Lucilias, äh, Wiederkehr, habe ich uns zusammengerufen, um einen kleinen Sabbat, äh, zu machen, bevor wir einen Körper holen. Ähm, ähm, nachdem unser kommunaler Bund gemacht wurde, werden wir bereit sein und, äh, werden Lucilias, äh, Rück... Zurückkehrform vorbereiten. Ja. Doof. Hat nicht funktioniert, Jungs. Ich habe den scheiß vergifteten Wein getrunken. Und Mädels natürlich. Naja. Machste nichts, ne? Aber einer hat ja scheinbar überlebt. Okay, aber wo finden wir die vierte Karte? Es fehlt ja noch eine Karte, oder? Vielleicht in dieser Box? Ah, verstehe. Wir brauchen zwei Karten noch. Ach, da habe ich doch zwei Karten. Okay. Ah, das ist blöd, wenn man da... So, glaube ich, ne? Aber wie kann ich die Karten denn jetzt benutzen hier? Es müssen noch zwei Karten irgendwo sein. Put away, rotate. Vielleicht mit dem Licht hier. Es müssen noch zwei Karten irgendwo sein. Ja, ja, ist gut. Ja, gut, hier ist der Brief, ne? Da ist einer. Guck mal, unten Brief. Lucilia hat uns den Keller ausheben lassen für Monate. Ich weiß, sie brauchte einen sicheren Ort außerhalb der Historic Society und einen Platz, um quasi Körper zu studieren. Aber an diesem Punkt ist der größer als ihr Haus, okay. Da muss es oben noch irgendwo eine Karte geben, weil... Ich wüsste jetzt nicht, wo sie sonst sein könnte. Eine fehlt noch, ja. Eine fehlt noch. Eine Karte fehlt noch. Die habe ich irgendwo übersehen. Die habe ich irgendwo übersehen. Aber wo... Oh. Sie sind auch weg! Das ist, äh... Und der Schrank ist zu. Der war vorher auf, oder? 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 Der ist noch hier. Eine Karte brauche ich noch. Eine Karte. Wo ist die Karte? In den Keller müssen wir wahrscheinlich... Da hinten über die Tür, die bemalt ist... Wieso kann ich diese Kiste nehmen, aber kann... Ach nee, der Schrank war auf. Ach so, eine Karte war in der Küche. Die letzte Karte muss hinten in dem hinteren Raum irgendwo sein. Muss doch mehr sein als der Brief hier. Ach so, das ist die Tür, wo wir nicht durchkommen, ne? Irgendwo hier ein Bücherregal. Okay, ich komme mir so verarscht vor. Ich habe doch alles abgesucht. Aber gut, das dachte ich bei dem Ding auch. Okay, im Flur. Nochmal gucken. Ich kann die Kiste nicht öffnen, warum auch immer. Warum auch immer kann ich sie nicht öffnen. Da muss die Karte doch oben sein. Ich habe jetzt unten alles abgesucht, ey. Da bin ich ja mal gespannt, wo die sein soll. Ich meine, hier wäre auch schon eine gewesen in diesem Raum. Bitte. Okay. Und? Ja. Ha ha ha. gehe я? made end Wenn ich bis gleich sie nicht gefunden habe Also wenn ich jetzt hier oben nochmal alles durchgeguckt habe Und hab's immer nicht gefunden Dann muss ich mal nachgucken wo die ist Weil Entweder ist die so scheißen versteckt Dass man die nicht findet Oder ich bin einfach wieder zu doof für die Sache Also ich find sie nicht Ich find sie nicht Können wir höchstens vorstellen Dass sie in der Kiste ist Aber vielleicht brauche ich irgendwas anderes für die Kiste Den Schlüssel Muss er mal finden Oh whatever Vor allem dass man dieses Ding Nehmen kann aber nicht öffnen kann Verstehe ich nicht Okay ich guck mal nach bis gleich Okay der Hinweis war tatsächlich oben im Badezimmer Nämlich finde ich den Hexenhammer Und es ist ein Buch Es ist wirklich ein Buch Ja Und das befindet sich hier hinten Ich hab überall in den Regalen geguckt Aber nicht hier Es ist Hier Malifika Malifius Malifiarum Dingsbums Der Hexenhammer Oh Klo Im Badezimmer Ah Wieder nach oben Herrlich Ja Ja das übliche Das übliche hin und her Oh Gott ey Jetzt ist er bestimmt auch weg hier Wer liegt da noch Hier ist gar keiner mehr Er ist auch weg Zwischenraum Der Dachboden Wo auch sonst Sollte man Diese Karte finden Bleibt sehr schön sitzen Oh shit Kleine Blair Witch Anspielung Jetzt sind vermutlich alle weg Hier sitzt keiner mehr Er ist auch weg Kann man aber noch nicht öffnen Nun gut Eigentlich müssten wir nur noch das da hinlegen Jetzt müsste die Tür auf sein Oder? Oder was hat sich hier Hat sich hier was geöffnet Ach das Ah Okay Kellerschlüssel Ich will mal gucken Ob die da hinten in dem Raum Auch weg sind Sie sind weg Wahrscheinlich zum Drehst du den Keller Zur Zeremonie wahrscheinlich Hoffentlich brauche ich das nicht Tatsächlich Sechs Schuss Hat ich Nein Ich muss wirklich ballern hier Shotgun Scherz Muss ich mich jetzt wirklich hier durchballern Was ist passiert? Welche Scheiß-Tür ist denn jetzt aufgegangen? Die da wahrscheinlich, ne? Die untoten Schweine. Größer als ihr Haus, ne? Noch drei Schuss. Noch ein Schuss. Ich hab keinen Scherz. Ein Glück legen die hier unten. Zwei Stück. Drei 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 Stück. Munition. Baby, Baby. Shotgun-Zeremonie. Ich muss ihr, bevor sie die Zeremonie beendet. Stoppe die Zeremonie. Es muss einen Weg geben, das zu öffnen. Oh, shit. Okay. Bringt das überhaupt was? Okay. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was für eine Scheiße, ey. Da muss man halt genau wissen, was passiert. Oh. Oh. Es tut weh. Es tut so weh. Warum muss so ein Spiel immer so enden? Warum kann man das nicht überspringen? Warum? Warum? Bist du? Warum brauche ich manchmal drei Schuss und manchmal zwei? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Gibt's hier noch irgendwo? Ich hab noch einen Schuss. Jetzt nicht mehr. Das ist so dumm. Ich kann ja nicht wegrennen. Aber ich brauch mehr als einen Schuss. Das ist doch... Das ist doch scheiße. Ich möchte, dass ihr diesen Schmerz spürt. Deswegen cutte ich das hier nicht. Sondern ihr werdet jetzt alle... Alle Versuche, die scheitern, werdet ihr ansehen. Ich kann ja nicht wegrennen. Immerhin haben wir dann doch genug. Ich denke mal, wir müssen erst mal hier rausrennen, ne? Wenn sie kommt. Warum waren zwei da? Oh Gott, ist das scheiße. Oh, nee, ey. Wir gehen rechts rum. Wenigstens gibt's da nicht endlose Gespräche. number two, mal wieder. Das ist doch sch... Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Was soll das denn an Spielspaß bringen, diese Scheiße? Wo kommt sie zuerst? Von da? Mach doch den scheiß Schrank auf hier, ey. Was soll das denn? Was soll das denn schauen? Was soll das denn tun? Was soll das? Was soll das denn sagen? rausrennen geht nicht, weil da sind auf einmal zwei da muss ich vielleicht nicht zielen geht das vielleicht schneller, wenn ich nicht ziele einfach draufballern versuchen wir es mal hast du vier Schuss oder was schuss 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 sch Wie viel? Okay, wir haben genug. Raus rennen müssen wir jetzt. Hier wird sie ja vielleicht auch irgendwo rumrennen. So, so weit bin ich noch nie gekommen. Was ein Dreck, ey. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Trinity Spell. Der mir der Einwohner belassen. Ich hab's mitgenommen, bevor ich das Haus verlassen habe. Du hast uns gefoltert, jedes Mal, seitdem wir hergekommen sind. Aber jedes Mal hast du uns selbst gezeigt, Hinweise gezeigt, wer du wirklich bist, Lucilla. Und nun, O, thou spirit, Namath, mit thy first breath cometh of, bond unto thee the serveth of a, by the Lord thou art bound back to blood, Haben wir es jetzt gewusst, oder nicht? Ah! Feuer! Feuer und Flamme für die Alte. Drücke einen Schlüssel. Äh, drücke keine Taste. Schlüssel, Key, ey, ich bin schon durch hier. Ah, also der frohart gewirkt. Oh. Okay Also die Hexe haben wir besiegt Aber es hat nicht ganz funktioniert Taken, Ending 2 von 4 Ah, wir hätten wahrscheinlich noch Wir hätten wahrscheinlich Diese anderen Entscheidungen In den Träumen anders machen müssen Jetzt ist die Schwester quasi die Hexe Und sie hat sie eingesperrt Und macht aber so weiter Jo, okay Gut Das war Ich hab schon Schluck auf Thank you very much for playing Ich mag ja die Art Dieser Spiele, dieses Spiels auch Allerdings, finde ich, macht ihr denselben Fehler Wie schon bei Harthen, nämlich dass du am Ende Diese Shooting Parts hattest Ihr habt ja gesehen, wie ich mich aufgerichtet Was ist das laut, ey Hätte nicht sein müssen Hätte nicht sein müssen Man hätte es anders lösen können Und auch, dass die Rätsel am Ende Immer wieder quasi Wiederverwendet wurden Fand ich auch nicht so schön Das Spiel wirkt dadurch halt Ein bisschen gezogen Also das Spiel, was eigentlich stimmungsvoll ist Und gute Ideen hat Am Anfang wird es so im letzten Drittel Ziemlich langweilig und frustrierend Frustrierend vor allem durch den Schutterbad Also falls du das siehst und verstehst Ich hoffe Du nimmst dir das Feedback Zu Herzen Denn dann sind die Spiele nämlich Richtig geil, glaube ich Also Freue mich trotzdem auf das nächste Spiel Bin gespannt Vielleicht klappt es ja da mit der Sprechrolle Und Press Escape Gehen wir mal zum Mainmenü Ja Ich hoffe euch hat es gefallen Lasst gerne einen Daumen nach oben da Alles im Stehen gemacht Ist auf jeden Fall ein bisschen gesünder für mich Weiß aber nicht, ob ich das weiterhin so mache Muss ich mal gucken Und Könnt ihr auch mal schreiben Ob ich euch zu viel hin und her tanze Im Stehen Oder ob es okay ist Und ich würde sagen Wir sind es dann beim nächsten Let's Play wieder Wenn ihr mögt Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Ciao Ciao